ui dbd jetzt yes yuki yes also das blau ist mehr so glänzend aber egal die müdigkeit ist stärker als die angst nein wir haben uns abgesprochen dass das neue ok umgetauscht wird auf und wie sie es geschrieben hat wieso ist das einfach weil sie es geschrieben hat wahrscheinlich aus oder mit absicht je nachdem ich fand das so gut das ist jetzt das neue ok ok ich verstehe ich werde bei ok bleiben ich hoffe dass es auch ok da ist eins geschenk also sie hat geklaut ok dann fühlen wir das nicht weiter diebstahl ist nicht schön das ist die geistigen eigentums das ist nie juki julia hallo mit der champion ist schön dass du da bist ist alles gut bei dir juki wenn du mitmachen möchtest wir hätten noch eins eins platz frei ich sehe aber noch zweimal ein weiter fred wenn du hast gesagt wir haben noch einen platz frei ich sehe zwei plätze wo steht ein weiter fred ach so so meintest du das ja grundsätzlich ja aber also ich habe vorher mal moxie gefragt ich weiß nicht ob sie ob sie noch möchte oder ob es jetzt so in ihrem apex vibe ist oder so dass ich weiß ich weiß wie spielen glaube ich auch immer noch ich habe keinen kein ding sie mehr kann nichts mehr kaufen kein geld mehr geld ist leer so ok ich weiß dass meine 1,4 millionen punkte behalt deine blutpunkte vielleicht brauchst du sie noch ja war schnell mittagessen direkt am see und drinks in ulm das klingt super das klingt super geil so jetzt sagt das team hier wieder schöne sachen party mac psy spielt apax legends juki chan ist im voice aber gemütet ok ja ist ja nicht so schlimm alles kann ich das hier mal mag wenn es kurz hoffe dass das nicht irgendwie was nicht das spiel explodiert sonst ich habe mich habe ich meinen steam wieder wohnsichtbar gestellt aber wenn es sich gerade jetzt auch offline stellen das behindert sich dann nicht beim online spielen oder das mit uns spielen du kannst dann halt nur nicht mehr von uns eingeladen werden ok hat mir gerade geschrieben hat schlechtes internet übersendet ok alles gut wenn du überhaupt zeit hast kannst du mal schreiben ob du uns wenigstens hörst äh ja ich lasse es jetzt mal auf unsichtbar und mein gott wie cute ist dieses bild einfach hier von feng wie toll ist dieses bild mega cute das ist nicht so gut das ist nicht so gut ja geht duschen alles gut tg alles gut ja duschen ist halt wichtig alex körper schließen wir die wetter nach wer duscht als nächstes äh keine ahnung mox ist nicht sicher ob sie heute noch dvd spielt weil sie da immer so toxisch wird und das heute nicht so fühlt alles gut äh das ist schein wenn du einfach toxisch ist dann zu halten äh ok dann halt nicht oh der antithus ja das war schläger oh ne da ist eins oh das war dumm aaaah einst toxische moxie fühlt es heute nicht so Nein, du musst das rein. Du musst das richtig gut reimen. Toxie Moxie. Toxie Moxie. Okay. Okay, ich warte dumm. Ähm, was? Oh Gott, ich tu dumme Dinge gerade. Im Kreis laufen? Ja, ganz komische Dinge mach ich. Oh, schön. Wir sind zu viert jetzt in einem Generator. Ja, okay. Ja, der ist gleich fertig. Wo geht's auch? Why not? Oh Gott, ich hab fast den Skillcheck verstanden. Let's go. Der kommt. Oh Gott, es ist ein Trapper. Ja, da lag schon eine Falle. Ja, ich geh mal in das Gebiet, wo er gerade herkam. Ich entschärfe hier die ganzen Traps. Oh Gott, über die eine bin ich gerade drüber gelaufen. Und die, die, dann kann man, das kann man nix machen, gell? Bei der, bei eins, wenn eins so, so gefangen ist, so eins, eins Generator dann. Da musst du warten. Deshalb durch das Perg Corrupt Intervention. Und es blockt den Generator für drei Mio. Das ist jetzt zweimal in der Falle eingelaufen. Ja. Müssen die unbedingt entschärfen, sonst wird das hier ne Fallkast. Kann man, wie kann man die entschärfen? Davor stellen und links klickt gedrückt halten. Die ist zu, bei der du gerade stehst. Ach so. Solange sie zu ist, ist alles cool. Okay, ich verstehe. Ja, da kannst du drüber laufen, drüber joggen, kannst du 360 machen. Äh. Und sich draufsetzen. Draufsetzen, klar. Wieso komme ich immer nur zu Generatoren, die gesperrt sind? Das ist nicht okay. Da hinten ist, glaube ich, irgend so ein Dingsi. Hä? Wieso kann ich da auch nichts machen? Weiß ich nicht. Oh Gott. Okay. Hä, wieso kann... Verstehe ich nicht. Don't get it. But it's okay. Die ist auch zu. Ist mir die auch egal. Oh fuck. Aaaaaah. Oh ne. Ah. Das war dumm. Lauf einfach weg. Geh weg. Du hast keep round, Spider-Man. Du musst dich jetzt unbedingt heilen. Ja, ich muss erst mal weglaufen. Oh. Mein Ernst. Kat. Hallo Kat. Schön, dass du da bist. Alles gut. Geh weg. Geh doch weg. Nein. Ich mag dich nicht. Geh weg. Ah ah. Ah ah. Nein. Nein. Geh stricken. Geh doch einfach stricken. Lass mich los. Ich will nicht mit dir hier kuscheln. Ich war glücklich ohne dich. Lass mich. Okay. Lass weglaufen. Mach rein. Da ist es ja. Du bist dein Kekskopf. Oh Yuki. Yuki ist mir. Alex ist mir. Ja, Amar. Äh. Bist du auch Trapperus? Zieh los. Ist auch klar. Geh doch weg hier. Was soll das? Oh Yuki. Du bist dein Schatz. Wir laufen jetzt erstmal weg. Scheint aber seine Fallen nicht wieder aufheben zu können. Das ist aber nixmacher Sinne. Versteh das nicht, ja. Ich hab bestimmt noch. Ich bin echt aus dem Game raus. Ich muss das wieder verspielen. Der kann immer nur so bestimmte Anzahl von Fallen mit sich dran. Oh ne. Game like. Der kann jetzt sagen, dass dir die Wand gefällt. An der du gerade stehst. Hallo. Der war noch grad da. Das hat Geherzi geklopfert und die Ding sieht. OK? Ach so, den hat er kurz gemacht. Das war zu früh. Martin verteilt das bei Liebe im Chat. Are you winning, Sansan? Nein. Mann. Mein ganzes Spiel ruckelt, ich krieg hier nicht schnisch geschissen. Wieso ruckelt denn dein Spiel? Was ist denn da los? Weiß ich nicht. Alex, sie kommen gleich. Ja, Juki kommt schon. Okay. Oh nein, die ist noch verletzt. Okay, warte, bleib hier. Ich hab's nicht gesehen. Bleib doch da. Bleib doch da. Bleib doch da. Ups. Ups. Was? Ich hab's so verkackt. Oh, da kommt er. Ah, generat, boah. Auf geht's. Wo ist sie denn? Hä? Hast du doch heulen gehört. Ich glaub, sie hat keinen Bock mehr von dir geheilt. Ja, verstehe ich ja auch. Oh Gott. Ich hab's einfach zu oft verkackt. Bro! Rescuest du mich? Du stehst einen halben Millimeter neben mir. Du denkst kein Stück daran, mich zu retten. Also nicht du, ich meine unseren anderen Mate. Die hätte mich nämlich ohne Problem aus der Trap rausholen können. Aber vielleicht Panik? Gezweifelt. Warum humpelt der eigentlich die ganze Zeit immer so? Weiß ich nicht. Vielleicht ist das ein Trick? Nee, das ist ein Innovations-Bug, glaub ich. Bist du tot? Nein. Ich würde mal sagen, Reflexe wie eine tote Katze. Nee, Mann-Shakes. Don't be so mean. Kennst du dieses I-You-Winning-Sun-Meme? Gibt es nun auch als I-You-Winning? Uff. Son, Son. Die Antwort ist immer No. Wow. Wow, Marty. Danke. Vielen Dank dafür. Das ist so lieb von dir. Das ist einfach der Wahnsinn. Ich bin... Ich weiß grad nicht, was mit mir los ist. Okay. Okay. Ich bin fleißig. Geh nach Randsporn. Läuft mal wieder super. Luki hinter dir. Auf den Traktor. Oh nee, der kommt. Ohaah. Da fragt er dich immer noch? Mich? Mich hat er nicht verfolgt. Also, weiß ich nicht. Also, bei mir ist er, glaub ich, wieder... Nee, er holt sich Yuki. Glaub ich, ja. Ich kann mal probieren. Ich kann mal probieren. Ich kann mal probieren. Ich kann mal probieren. Ja, bin unterwegs. Die Sache ist, er hat grad eine Trap vor mir platziert. Er ist, by the way, im Keller gegangen. Ohhhh. Direkt neben dir. Eigentlich. Ich hock hier irgendwo im Keller. Mann. Ich hoffe, Maya denkt, dass ich entkommen bin. Sitzt du immer noch im Keller, oder was? Ich sitze immer noch in dem Schließfach. Hä? Oh Gott. Autsch. Hallo, Tanja. Oh, wie süß. Danke dir. Danke. So, kann ich's jetzt bitte nicht verkacken? Bitte. 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 Ey, da kommt gar kein Fähigkeitscheck. Bei der anderen kommen 5.000. Und jeden hab ich verkackt. Oh nein, Alter. Ich hab dafür gesorgt, dass er ganz schön Zeit verschwindet. Im Leben. Oh, nee. Oh nein. Das Spiel bleibt mit dir. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wenn du einen checkst. Wahrscheinlich. Nee, der ist immer noch da. Da. Oh nein. Yuki, nein. jetzt ist over wenn nur noch er auf mich verlassen einfach anstrengend das sagst du so wie wärs wenn du von yuki weg gehst ja jetzt kannst du hinrennen jetzt hinrennen ja ne der ist schon wieder da ja da ja super das ist ein witz einfach ja ich gebe dir helfen glaubst du das selber nicht doch glaube ich du vertraust du nicht in meinen glauben das ist alles vertraue dem typen nicht ich hab's nicht gesehen ja komm es ist einfach ein witz der schluss war jetzt echt ein witz einfach das war ich hätte gern die luke gesucht yuki aber das ja ja idees waldidees eben sowieso noch nöt gehabt da hinten weh von und dann was bedeutet das nöt ding sie ist eigentlich wird es ausgesprochen und nun ist die kurze für no one escapes death das ist ein hexpark das sorgt dafür dass in alle generatoren gemacht sind wenn du jeden one hitten kannst bis das tot und kaputt ist wow das ist das per simple erklärt und der killer kann schneller laufen wow ja aber das 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 jetzt mit yuki zum schluss war einfach das war einfach sad arschig ja wieder zurück willkommen hello again yuki aber immer noch hallo buchy das hatte ich auch auf meinem trickstar erinnerst du dich könnte sein cat könnte sein allein dafür sollte man eigentlich timeout zwei sekunden weil nöt nöt ist böse es war halt einfach sad weil er dann die ganze zeit bei yuki rum gesessen ist das tat mir so leid ich wollte ich so gerne retten egal gambler da alles 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 Nein, ich doch nicht. So was würde ich nie tun. Würde ich nie tun, habe ich noch nie getan. Für sowas viel zu gutherzig. Bist du dir sicher, dass du die Aussage hier im Stream so stehen lassen möchtest, Alex? Ich lasse das gerne so stehen. Okay, okay. Na, das klingt doch gut. Oh, Lila, Mystery Box. Ach, Igitt. Ich darf ein Blödsinn bekommen. Ne, wir Killer haben auch gute Perks verdient und dann ist das auch noch eins, was ihr Survivor kaputt machen könnt, ey. Dead Hard. Und das existieren leider auch. So deep, glaube ich, bin ich nicht in Dead by Daylight drin. Ihr Killer habt gute Perks verdient. Ihr habt da fucking Fähigkeiten, mit denen, wenn er sie richtig anwendet, jeden Überlebenden zerschreddern kann. Das ist scheißegal, was der Survivor für Perks hat. Der könnte noch Dead Hard haben will und alles andere, was dafür sorgt, dass der Dead Hard dauerhaft einsetzen kann. Wenn du mit der Handress kommst, einmal quer über die Map wirfst, kannst du mit deinem Dead Hard auch nichts machen. Ja, ich habe zwar jetzt einen alten Spiegel, aber besser als einer, der komplett auseinanderfällt. Das stimmt. Das freut mich, Luca. Das freut mich sehr. Ich möchte diese Taschenlampe behalten. Die war von einem... Alex, magst du schon mal bereit drücken? Ach, bin ich nicht. Ich dachte, ich habe schon. Nee. Alles gut. Rupsidupsi. Ja doch, kannst im richtigen Moment aus der Axt raus... Dead... Dead... Dead Harden. Dead Harden. Nehmen wir mal an, du spielst Huntress Capac. Du stehst auf der einen Seite der Map, ich bin auf der anderen, mache einen Generator. Und du wirfst einfach, als ob ich da diese Axt kommen sehe aus dem 90 Grad Winkel von oben. Mit dem du mir dann einfach einen Nackenklatscher noch gibst. Als ob man das kommen sieht, zum Beispiel. By the way, ist das noch Handschuhs Gameplay. Einfach da stehen und werfen. Ja, siehst du? Es ist egal, was du für Perks hast. Du hast dann einfach Pech gehabt. Wie du schon richtig sagst. Das ist, das ist wie, ähm, wo wir gespielt haben und Kat immer die ganze Zeit gesagt hat, sorry. Was? So guckig. Das war nicht so gut. Ja. Ähm, sonst raten wir mal, wer im Herbst ein Zimmer umbaut und renoviert. Wup, wup, Magriff Tendo, voll cool. Was hast du vor? Erzähl. Dein Cousin. Ey. Dein Cousin. Cooles Game. Alle haben Kuchen mitgenommen. Ich nicht. Ja, der macht extra Blutpunkte. Ja, ich hab nur eins Kuchen. Hab gedacht, ich nehm, nehm, nehm keins, ähm. Du hast unendlich viel am Blutnetz, wenn du das die ganze Zeit levelst. Ach so. Kannst ruhig verschwenden. Ja gut, in der nächsten Runde gibt's Kuchen. Hallo, Blumberry. Erster. Erster. Du Sack. Mir geht's gut, wie geht's dir? Was zum Kuckig? Aber wenn man einen Spiegel vervielfachen kann, könnte man doch einen unendlichen, unendliche Spiegelfabrik machen. Auch wenn die dann die Millimeter, was, auch wenn die dann Millimeter groß sind. Ja, das stimmt. Grundsätzlich, ja. Fech. Aber genauso hab ich Pech gehabt, wenn ich wen am Gate downe und denke, ja man, wenigstens ein Kill, aber dann sabotiert wer nen Haken, der will sich rauswiggeln. Und wer hat ne Flashlight mitgebracht? Also ich find keinen Killer-Perk wirklich unfair oder gemein. Man muss halt nur die Konter darauf mitnehmen. Naja, als Survivor hast du nicht viele Konter. Wenn du zum Beispiel jetzt an Corrupt Intervention denkst, was willst du da groß kontern? Ja. Du hast nen Killer, der sich jetzt auf den kleinen Bereich spezialisiert, mit Corrupt Intervention und disabelt du praktisch große Maps für 3 Minuten und derzeit hast du das Team eigentlich schon komplett getötet. Und dann läuft Corrupt Intervention aus. Kannst du nichts gegen machen. Außer warten. Und das zieht das Spiel in die Länge und gibt dem Killer nen Vorteil. Aber mehr Perks fallen mir jetzt grad auf die Schnelle auch nicht rein, bei denen das so zutrifft. Ne, Blomberry, wir sind mit Life is Strange schon nicht fertig. Ich habe vor, es eigentlich diese Woche noch abzuschließen. Mal gucken, ob ich's schaff. Die drei Stunden Outlast solltest du auch die Woche abschließen. Ja, ich weiß, das muss ich auch noch machen. Und Tichys Quest muss auch noch die Woche dran glauben. Ja, also irgendwie ist die Woche zu kurz. Ähm, ich reiße zwei Wände ein zu weiteren Räumen. Neuer Boden, neue Streich und neue Möbel. Uh, das klingt supi. Das klingt supi. Also Raumvergrößerung vor allem. Mhm, aber cool. Alter, wieso lädt das so lang? Weil wahrscheinlich einer disconnected ist. Deswegen. Ja, deswegen kann es auch sein, dass wir jetzt ins Leere laden. Pies. Genauso könnte ich als Killermain mich über die Platzierungen von Totems aufregen. Wenn da eins falsch steht, ist nöt manchmal meine einzige Chance, irgendwen down zu kriegen. Das ist auch wieder wahr. Also man muss sagen, diese Nachteile gleichen sich halt aus. Ähm, was gibt's bei dir zu essen, Polarsternchen? Was gibt es Leckeres? Hast du noch das Trommel-Event beendet? Ja. Aber, ähm, off-stream. Also ich hab dir das letzte Trommel-Dings, also die, das, ähm, ich hab's ja angefangen im Stream, und das letzte hab ich dann, ähm, off-stream gemacht, am Sonntag. Perfekt, 100%? Äh, ne, aber ich hab halt genügend, also ich hatte auf alle Fälle Bude wackelt, beim ersten Versuch. Und dann hab ich das Thoma nochmal gemacht, obwohl ich ja nicht Bude wackelt erreicht hab, das hab ich dann auch nochmal ganz kurz, ähm, auf Bude wackelt gemacht. Das war das einzige, was ich gemacht hab, und, ähm, vom Trommel-Event halt dann noch, ähm, off-stream. Und am Sonntag hab ich halt noch extrem viele sonstige Quests abgeschlossen, weil ich ja noch, ähm, Urgestein für Ciao gesammelt hab, das dann doch nicht gereicht hat, am Montag. Und ohne Tee-Chee hätte ich keins Ciao gekriegt. Tee-Chee hat mir geholfen für eins Ciao. Oh, wow. Der Killer hat es verlassen. Der Killer hat verlassen, dadurch haben wir jetzt noch Punkte bekommen. Oder? Fehlercode. Weiß ich nicht. Ja, der Killer hat verlassen. Wahrscheinlich ein Midgame. Deathslinger. Gott. So, eh, ja. Hast du nicht über den Wolken gemacht, was über den Wolken? Hä? M-mh. Oh, das von Thomas ist so schön, ich lieb das. Oh. Ähm, ist der neue Banner schon draußen? Willst du pullen? Äh, ja, der neue Banner ist schon draußen. Ähm. Oh, wow, die ganze Lobby ist kaputt jetzt? Ja. Okay, warte mal, ich muss mich mal wieder auf online stellen, damit du wieder einladen kannst. Weil bei mir steht da, du bist im Game, du kannst auch einfach beitreten, wenn du auf, äh, als Überlebender spielen drückst, oder auf meine, oder auf die Freundesliste gehst, und dann beitreten drückst. Soll ich jetzt auch das Plus mal? Kann ich hier, wenn ich hier auf das Plus geh, ne. Rechtsklick auf meinen Namen, oder linksklick auf mich, ich hab das Plus auf mich drücken, linksklick. Ja, genau. Ha, voll gut. Ähm. Das lief doch schon mal so ein. So, neues Banner, ähm, ach so, wartet, ich drück noch schnell bereit. Ich könnte noch hier den Kuchen auswählen. Das ist der Kuchen. Kuchen der Flucht. Oder? Ja. Eins Kuchen? Das ist der falsche Kuchen. Von dem reden wir nicht. Welcher Kuchen denn dann? Geh mal in dein Blutnetz. Einen Moment. Das findest du vor allen Dingen, glaub ich, bei Claudette. Ja, aber ich hab doch da schon so Kuchen-Dingsis eingesammelt. Ja, genau, das sollten aber so richtig gelb, das sollten so klein gelb sein. Aber sind die dann bloß bei Claudette? Ja. Heißt das ja. Aber dann kann ich die ja eh nicht für, für, für sie auswählen, oder? Ne, aber du kannst im Blutnetz bei dir, bei deinem Charakter weitermachen und das dann kriegen. Wie viele Teachable Perks hast du jetzt eigentlich schon? Hab keine Ahnung. Äh, Yuki ist nicht kleiner. Wieso ist Yuki nicht drin? Gute Frage. Oh, Yuki, dein Internet ist so schlecht, die verstehe dich nicht. Ich würde jetzt auch gästen das Hild am Internet. Dann liefen wir mal die, glaub ich. Äh, Zashira, vielen, vielen Dank für dein, äh, Follow. Und, äh, wieso sagt mir keiner, dass ich die Szene vielleicht wechseln sollte? Wieso? Ist doch schön, ist schön so. Ich bin mir so ne Runde. Keiner hat was gesehen. Keiner hat was gesehen. Lauf! Äh, was? End um dein Leben! Es ist eine Legion! Ich weiß nicht, wo ich bin und wo der ist. Ich hab Angst zu laufen. Ähm. Er verfolgt auf jeden Fall mich. Ja gut, ich geh mal in eine andere Richtung. Tschüss! Wir gehen jetzt einfach mal hier rüber. Er hat sein Power ganz schön gewastet, weil er mich verloren hat. Der mit. Hallo! Ah! Ja. Wenn man halt auch sehen würde, dass da jemand sitzt, ne? Man sich nicht einfach auf den draufsetzen kann, um den, um den Gen zu reparieren. So warte kurz die Concentration. Legion hat mich verloren. Legion hat mich verloren. Könnte sein, dass er zurecht wurde. Oh ja. Ich hör's. Er ist auf jeden Fall auf 9. Er hat seine Power viel zu früh benutzt. Oh nein, nein, nein. Ah! Aber wir haben ihn wenigstens noch geschafft. Das hast du aber gut gemacht, seit ich grad zum Stream, dass du zwei Hits von ihm genommen hast. Ja. Dadurch funktioniert seine Power aktiv. Das war aber so nicht. Wenn er ihn hat, zwei Mal hintereinander. Also das war, war zum, war. Ah! Geh weg von mir! Selbst wenn es nicht geplant war, es ist immer eine bessere Sache. Weil damit rettest du den Rest deines Teams. Okay, das freut mich. Schön, dass ich euch retten konnte. War so nicht geplant, war eher lostes irgendwas. Egal. Du musst dir, du musst immer selbstbewusst sein und sagen, das war geplant. Okay. Dein Main-Killer, Yuki. Toll. Ich find den doof gerade. Ich nur du. Weil ich seinen Rework nicht verstehe. Normalerweise war es immer so, immer wenn du einen Deep-Wound-Effekt hast. Also diese tiefe Wunde da. Und die orange Leiste unter deinem Darm. Danke schön. Dann... ... konnte er dich in seiner Power nicht knocken oder niederschlagen. Egal, ob er die Power reaktiviert hat oder nicht. Oh ne. Jetzt auf einmal geht das scheinbar und das ist von uns. Und geh weg von mir! Was willst denn du schon wieder von mir? Deine Fähigkeit benutzen. Er verfolgt dich und will es aber nochmal machen, oder? Ich will aber nicht. Wo bist du denn? Kann er das vielleicht mit jemand anderem machen? Die heult auch viel zu laut. So. Ich heult jetzt ein bisschen weniger. Nee. Okay. Er hat gerade ins Nichts geschlagen. Ah, der ist da hinten. So. Wo ist jetzt da? Ist noch einer. Alles gut, Amy. Aber schön, dass du wieder da bist. Das freut mich. Herr Tiggerer. Ich weiß nicht, was du mir mit dieser Information sagen willst. Ich verstehe das doch eh nicht. Das heißt, wenn ein Gartengenerator zu 70% gemacht ist, verliert der Killer seinen Terrorradius und sein rotes Blickfeld vor sich. Und du hörst sie nicht. Außer seine Schriften oder wie Leachen, wenn er sprintet, das Atmen. Das Penetrante. Ja. Achso. Ja. Okay. Entschuldigung. Es ist schön, dass du mir jetzt wahrscheinlich dauernd gefolgt bist. Ich habe es nicht gesehen. Aber danke fürs Heilen, wenn du mich nicht hörst. Grüß dich. Oh ne. Oh ne. Der kommt schon wieder. Ja, der ist jetzt bei euch. Ach, der ist jetzt bei euch. Oh ne. Oh ne. Der kommt schon wieder. Ja. Der ist jetzt bei euch. Okay. Der Lärte vorne. Einfach hinter dem Baum verstrumpen. Oh nein. Das klingt nicht... Klingt nicht gut. Hä, wiese... Ach so, ihr seid noch da... ...beim Haken beschäftigt. Ja. Dann chaste mich aber auch nicht. Der ist doch ein halber Bono, wo? Oh, hi. Ja, ich wollte halt eigentlich... ...da hin, aber... Naja, wir sind zum Glück jetzt alle erst mal gerettet. Keiner ist mehr am Wagen. Okay, gut. Kommst du wieder zurück? Ja, bin am Weglaufen. Oh nein, er hat irgendwen. Schön, dass du da warst, Marcroft Hendo. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, mach's gut. Gute Nacht oder so. Ich geh jetzt mal irgendwie versuchen Generatoren zu machen. Wohl ich gerade das Gefühl hab... ...die ganze Zeit das Gefühl hier... ...der ist überall! Na ja auch. Ach, ich hab Dessert! Ach so, ich dachte, ich hab das rausgenommen. Ok... ...nehand sind fast eh, das mag ich. Ignoriert... Was hat er ignoriert? Dass ich schon durch das Fenster war. Ich bin schon durch ein Fenster durchgesprungen und er hat mich trotzdem immer dahinter noch getroffen. Ich habe die Reichweite unterschätzt, ich stand noch zu nah an dem Fenster dran. Oh fuck. Und bin da vor 30 Sekunden in der Wand gelaufen. Oh nee. Du Nervensäge. Geh einfach weg. Ist der dich noch? Nee. Jetzt hat er mich am Boden. Mann, unser Generator war fast fertig. Einfach regenerieren. Ja. Ich will immer dann weg. Sag, brauchst du nicht. Bis gleich, Luca. Bis gleich. Alles gut. Hol dir was zu essen. Essen wichtig. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Ich weiß nicht, dass ich mich vielleicht retten kann. So, wer weiß, ich hatte noch nicht einmal die Chance, weil die immer irgendwo down gegangen sind. Irgendwo, nirgendwo. Ich weiß nicht, wo der andere Generator war, den wir fast fertig hatten. Wieder so lost, Ben. Ja, geh weg von mir. Ich hab den Generator bei euch gefunden. Ja, okay. Mach an dem weiter. Ja. Erst was fertig ist. Er wird jetzt beendet. Ja, mach das. Er hängt mich jetzt gleich auf. Er ist losgelaufen in deine Richtung. Er hat fast alle drei zu mir. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ah, der... Oh, jetzt hätte ich mich... Sackgesicht. Kekskopf! Bleib da, bleib da, bleib da. Ja, ich bleib da. Aber... Oh, scheiße. Nee, der... Ah, nee, doch nicht. Ich hätt jetzt gedacht, der verholt sich jetzt mich, weil... Buki! Ja, jetzt... Jetzt ist es vorbei. Oh, Alter. Oh, Alter. Statt, ich kann nicht da rein. Alex, Rufi hat DVD-Flugverbot eingelöst. Ja. Oh, weh. Oh, weh. Oh, weh. Oh, weh. Weh, weh. Weh, weh. Weh, 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 weh. Weh, 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 weh. Ah, sad. Sad. Einfach sad. Einfach sad. Ja, danke, 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 danke. Lauf, lauf, klick. Lass zum Zucki. Komm, komm, komm. Jawoll. Genau, du hab den accepted. Jaja. Genau. Oh, die haben wir ins Leben gerufen. Oh, das heißt. Für mich das ist ein Jausten. Ich hatte das eine große große Betriebe. Oh, da war das richtig. Und es ist ja klar, aber es ist halt sehr, 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 sehr rüber zu schädigen. Jeeeey. 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 Gut gemacht. Welch erfreuliches Ereignis. So etwas kann sich ruhig öfter blicken lassen. Okay, Polarisbändchen. Viel Erfolg beim Abwasch. Möge die Küche sauber werden. Möge die Küche sauber werden. Außerdem, das war noch das gleiche Match. Ich könnte eigentlich doch nochmal reden. Ja, könntest du. Zählt erst ab... Na, zählt erst erst ab der nächsten Runde, Rika. Ja. The connection to the party has been lost. Ah, lost wie das Spiel. Aber jetzt ist es soweit. Ja. Äh, du bist in einem Match. Ich habe die Verbindung zur Party verloren. Ja, bei mir. Macht hier gerade. Wird geladen. Ich bin wieder in eins. Ich bin wieder im Start. Jogi ist jetzt wieder da. Jogi ist jetzt wieder da. Äh, okay. Warte, bis mein ganzer Text da ist. Ja, dann schreib deinen ganzen Text komplett und nicht hier. In einer, in einer Nachricht. Aber ich kann Rika verstehen. Ich mache es genauso. Wenn ich mit jemandem schreibe, anstatt alles in eine Nachricht zu packen, schreibe ich auch immer 5, 6. Hast du sowas? Das macht mich immer mad, sowas. Also gerade in WhatsApp. Das kannst du gar nicht machen, Rika. In WhatsApp ist das. Also Rika, du kannst das machen. Ja, Rika, du zuerst. Welch Sprefel. Alles gut so. Guck ich. Also Riki, du kannst das ja machen. Du musst nur schneller schreiben. Was? Dass man alles lesen kann. Ich wünsch dir da auch viel Glück, Cat. Ich hoffe du, oder hast du sie jetzt schon? Hast du sie schon? Probelauf, verstehe ich. Aber hast du jetzt schon auf sie gepullt? Hast du sie schon? Ich muss noch auf sie pullen. Probelauf habe ich noch gar nicht gemacht. Mache ich erst im Stream mit euch. Mache ich erst im Stream mit euch. Und Freitag gibt es Genshin-Stream. Also da machen wir hier. Probelauf, pullen wird jetzt angefangen. Okay, ich drücke ganz fest Däumchen, Cat. Ganz, ganz fest. Ganz, 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 ganz fest. Ich habe immer noch Hunger. Aber keinen Bock aufzustehen. Und zweitens habe ich keinen Bock aufzustehen. Okay. Buchhilfe fühle ich so ein bisschen. Fühle ich. Du kannst ihn nicht holen. Du kannst ihn nicht holen. Du kannst ihn holen, wenn du wirklich willst. Oder? So gibt es noch irgendeinen Song. fragt mir grad nichts habos kam dabei ja in mir durch so muss das ja zwischendurch passiert das einfach das kann ich dann nicht verhindern tut mir sehr leid am freitag werde ich von teller gezwungen teletubbies anzuschauen hat sie das immer noch nicht fertig geguckt ruchy lass dich nicht lass dich nicht zwingen das macht einen fertig macht einen kaputt lass dich jetzt erst recht zwingen nee dann hast du dich ab du musst dir andere tolle dinge vorschlagen andere tolle dinge lightning mcqueen disney zum beispiel geht immer da hat da lightning mcqueen kars ist nicht so geil also weiß nicht ob ich da jetzt unbedingt weiß nicht wer sage ich dazu nicht na gut ich laufe jetzt mal da lang wir laufen dann mal hat es geklingelt oder oh ne das ist der trickster geh weg geh weg von mir wieso willst du zu mir das regenwandeljäckchen ich bin gar nicht so lecker und ich stehe auch nicht so auf kuscheln andere mögen das lieber aber über eine sache sind wir uns bestimmt einig wäre er nicht so gut verschmiert würde er bestimmt hot aussehen grundsätzlich von allen killern ist er schon der hotteste muss ich schon sagen weil ich wollte gerade sagen was gefällt dir besser blight drätsche wie drätsche wie drätsche oder drätsche keine ahnung war bestimmt crowd control wie fließt Danke gut 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 Untertitelung. BR 2018 Ja, ich bin unterwegs! Ah, Yuki auch! Perfekt! Er möchte mich essen! Er möchte an mein gutes Zuckerli! Oh ne, er kommt! Nein, verlassen! Was ein Bonobo! Irgendwem anders hinterher gelaufen, glaube ich. Ja, mir! Ah, okay. Oh, Entschuldigung. Entschuldigen Sie, Herr Alex! I'm very sorry! Oh, das geht! Okay, das ist mir noch. Hä, ist der gelieft? Ja, unser Maid ist gelieft! Ja, geil! Wieso? Weil er den Second Stage erreicht hat! Und dann frustriert war! Ich werde ihn dafür auch reporten! Ja, ich werde ihn mitnehmen! Okay, warte, ich mach mich mal auf'n Weg zu dir! So! Obwohl! Mach' nen Generator! Hä? Äh! Yuki! 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 Nimm mich schon ran! Okay! So, Alex darf aggressiv sein! Er darf nur nicht fluchen, Jessie! Fluchen ist verboten! Find' ich gar nicht gut! Welch Friese! Wie mir die Aktion unterstützt! Er darfst mich wieder zurück! Hallo Sinny, hallo. Schön, dass du da bist. Danke, dass du ihn nimmst. Ich kann den Sack auf den Tod nicht achten. Ne, er ist wieder dir hinterher, glaube ich. Hä, was ist da los? Er hat mich zum Schlecken gerne. Ja, ich glaube auch so. Trickstab. Ich habe ihn auf jeden Fall richtig aufgelegt. Ich spiele mit ihm meine mentalen Spiele. Oh ne. Ach ne, da komme ich nicht noch mal rechtzeitig hin. Das kriege ich nicht hin. Sonson, wo stehst du? Ich stehe bei eins Haus. Ja, gehst du mal rein bitte, um mich zu heilen? Ach so, hi! Ich wusste nicht, dass du da bist. Jetzt weißt du es. Ja, okay. Habt ihr keilert? Ja. Ich werde versuchen seine Aufmerksamkeit. Ne, ich mach schon. Okay. So, wo finden die jetzt wieder ins Generator? Ich bin gar nicht da. Okay, Herr Trickster? Laufen sie einfach weiter in die andere Richtung. Das war sehr, sehr gut. Wie kommt man denn da runter? Ach da. Kann man sich da auch hier so hinsetzen? Ah, das ist ja schön. Perfekt. Oh. Ja, das glaube ich dir nie, dass das nervig war. Das glaube ich dir sofort. Oh Gott. Dammit! Waaah! Ich habe es auf die Reise. ich bin im keller bist du da wo ich bin ja nee der andere keller der richtige keller wo man am haken denkt Alex es tut mir leid aber ich habe vielleicht gerade ein bisschen geflucht und somit müssen wir noch eine runde nicht fluche machen ja tut mir leid ich habe es vergessen alles komm schon komm schon bist du tot? kannst du mich bitte retten Yugi ist gerade im schlamassel ich bin das rote ding unterm boden ok 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 unterwegs lauf so ein lauf der trickster ist glaube ich gerade auf dem weg zu dir aber er hat mich nicht gesehen geht zu Yuki geht zu Yuki nee warte 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 er ist wieder zu Yuki auf dem weg ich bin tot nein so ein ich bin nur abgedreht wegen dem anderen oh nein er hat ihn ok 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 warte warte ah 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 ja noch dort laufen was wir so alle bestimmten städte oder so jetzt nicht mehr als er Geht zu einem Ausgangs-Tor, mach das auf. Okay, warte, wo ist das Tor? Jetzt ist er wieder da. Du standst direkt davor. Was, ich stand davor? Oh, nee. Komm schon. Geh einfach weg. Das ist ein... Es ist... Nee, ich will es nicht. Ich mag den nicht. Finde ich mega kacke. Ich warte eigentlich nur auf den Moment, wo er sein Main-Event benutzt. Und dann alle Messer, die er besitzt, die er irgendwo aus seinem Nacken zieht, auf dich wirft. So, wo ist jetzt der Ausgang? Bei Yuki ist einer. Na, super. In der Nähe? Ah, nee, nicht mehr. Doch. Ja, bei ihr ist einer. Ja. Er wollte jetzt die ganze Map nach dir absuchen. Äh. Wo ist der andere Ausgang? Wie weit ist die mit Recover-Tor? Uah! Trämmelt. Ah. Jetzt ist es sowieso vorbei. Da ich auch nicht so gut bin im Weglaufen. Ja. Und dass ich dann im Keller hing, war halt leider blöd. Ja, aber es hat doch echt zu lange gedauert. Also ich, ich wäre ja bei dir gewesen, wenn er nicht hingelaufen wäre. Er wäre extra hingelaufen. Sonst hätte ich es nämlich noch geschafft. Hätte klappen können. Komm, wir probieren es nochmal. Alles gut, Titi, schön, dass du wieder da bist. Und Yuki hat die Zeit, mir zu schreiben, dass du solche Killer hast. Als ob es, als ob es jetzt rausgehebt, oder? Ich dachte schon. Viel Erfolg, Kat. Danke für deinen Lörg. Die Türkfest-Däumchen für Cookie. Und tut mir leid, dass es, äh, nicht Cookie geworden ist, vorher. Weil dabei ganz vergessen, wie geht's eigentlich alles gut, Zinni? Alles gut. Ähm, mir geht's gut. Die Runde war jetzt einfach nur blöd. Mein Gott. Du blöd, dass du eine Rockstar und Sterni so schön in Empfang genommen hast. Hahaha, Stinni. Ah, du schimpfest schon wieder, gell? Im Chat? Ja. Nein. Ich habe nur gesagt, dass das kein Pro-Move ist, Sluggen zum 4K. Und dass er das eindeutig besser machen kann. Ich habe ihm einen Tipp gegeben. Ich habe nicht geflucht. Außerdem müssen wir es eh die nächste Runde machen. Ja, Entschuldigung. Ist ja in Ordnung. Aber ist halt Faktor. Faktor el punto. Ja, es ist versehentlich ein bisschen schiefgelaufen. Okay. Es war so nicht, 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 nicht geplant. Nicht einkalkuliert. Nee. Es war so nicht geplant eigentlich. Deine Berechnungen lagen leider falsch. Ja, es ist mir aus Versehen, es ist mir das rausgerutscht. Ich bin Anfang Oktober in London, NFL Scha- Uuuuuh, wie cool ist das denn, Tici? Mega cool. So, ich kann schon mal bereit drücken. Ex- Es ist mir das noch. Ich bin da noch. Ich bin da noch. Es ist vielleicht noch. Ich bin da noch. Es ist auch noch okay. Ich bin da noch mit. Ich bin da noch. Hallo? Ich bin da noch. Ah, ich nehme einen Key mit. schau jetzt nur euch zu ist moxie schon fertig mit streaming die runde die wir gewonnen haben wo halt da hast du nicht zurückgeguckt komplett mannomaus was was ist eigentlich kann ich eigentlich mannomaus sagen oder ist das fluchen weiß nicht was da das was der chat sagt kann man eventuell gleich mitmachen für full stack oder eher weniger also sinny wenn du wenn du eine runde mitspielen möchtest wir haben ja noch ein 1 platz frei also wenn du möchtest gerne wäre natürlich nicht schlecht wenn noch eine person mitmacht da könnten wir wieder wie das klasse wird spielen wie du mit sterne gemacht hast können wir können wir könnten wir grundsätzlich scheuen aber wirst du hast jetzt gedanken hast was noch mal wenn du das jetzt im gedanken hast dann müsste sich martin durchquellen martin spielt nicht bei daylight vergiss es macht martin nicht der hasst das spiel der wird auch nur mad der wird so richtig mad außer er selber der killer als er selber der killer war fand er es lustig ja da war es okay aber findet es trotzdem nicht so also der ist nicht sein game das macht ihn macht ihn nicht glücklich aber apex ja apex apex findet er gut da regt er sich zwar auch manchmal auf wegen den ganzen smurfs und so und keine ahnung aber und wegen dem matchmaking manchmal aber das also das ist nicht so schlimm wie also dead by daylight da regt er sich ja sogar schon auf wenn es nur ich spiel und er nur im stream zuguckt also es würde mich wundern wenn er sich nicht drüber aufregen soll ja ähm geschichtslehrer hat heute schindluder gesagt habe direkt an dich gedacht okay also sonst wenn ich hängen sollte bei der zweiten phase lauf und macht dann tor auf mich kannst du dann hängen lassen weil ich kann die killer zu gut die kämpfen am ende wie kämpfen immer am ende wie süß bist du einfach ich versuche dich trotzdem zu retten sondern ich sehe jetzt auf jeden fall deine auge die ganze zeit ist hä wieso weil ich ein key mit habe und addon dadurch sehe ich die aura der obsession die ganze zeit es ist ein bleib du stalker oh gott die frage ist ja es könnte auch sein dass der unten ist und nicht oben die dbd zocken ist ja nicht so schlimm juki freut mich wenn dir der alert gefällt das freut nicht polar sternchen hat es eingelöst polar sternchen hat es eingelöst ist wo ist denn der bei mir er gibt in meinem nacken dann kann man hier irgendwo nicht unterjahr weiß doch nicht ob das jetzt so clever ist oh juki ist hier kann update ziehen und eine runde mitspielen kann aber nichts versprechen ernsthaft marty ernsthaft dann gönn dir marty da kannst du wenigstens killer spielen da sind nur leute drin die du kennst keiner wird dir richtig auf den sack gehen oh gott warum ich dachte er verfolgt mich die ganze zeit habe ich falsch gedacht ich bin so lost hier dann sind wir wenigstens fünf leute und können so ein kast im bett spielen und er ist da oh 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 lauf son son lauf lauf son son lauf hier warte mal alex hängst du noch ja ne ja werd aber gerettet ich will aber nicht killer spielen oh marty dann spiel ich spieler oder so ich gebe mir mühe schlecht zu spielen son son lauf gerade aus jetzt nach rechts dann nach links was jetzt nach hi ach so fach mich an und peile meine Wunde ok 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 mit deiner magie mit deiner magie treibe deine hände auf meiner verletzung und sorge dafür dass ich wieder weg bin ja mach ich ja aber ähm ich bin mir ziemlich sicher yuki spielt dann gerne killer und alex spielt genau yuki ich hab mir schon gedacht aber keine legion keine killer dürfen unsere favorite killer sind verboten das als handikern oh gott jetzt ist der hat der mich gesehen ja wahrscheinlich oh lauf darauf son son lauf habe ich schon irgendwie in einem generator gearbeitet ja war der schon fertig so gut wie fertig ja ist son son lost weil irgendwie sie nix findet auf dieser map ich habe noch keinen einzigen generator angefasst keinem wirklich null nadaliente ich hab noch nix angefasst kein generator alles gut alles gut noch mal drückt hier hier konzentration mit damit passende killer hat keine sound der kann es ausmachen ja sehr geil ich mach jetzt erstmal hier mein generator leicht erschwert weil hier rechts eine ayaka hochkrabbelt und eins lilo ihr schwanzerl auf der maus liegen hat schwierig hier ach wieso ajaka ok ajaka drückt gerade ihren po gegen die maus das wird super kann ich die maus mal kurz äh ja entschuldigung ich hab doch die maus mal irgendwie aus dem weg der katzen gehoben aus dem weg der katzen gehoben aus dem weg der katzen gehoben der bleib hat keinen sound keine ahnung denn auch tinker wenn ein generator zu 70 prozent repariert ist verliert er seinen terror radius und seinen herzschlag und sein augenlicht also dieses diesen red stain diesen roten flag wo ist der im deutschen son son bleib da ich bin über dir ich versuche irgendwie zu dir zu kommen ach ne ach ne du bist gar nicht obsession yuki ist jetzt obsession wenn sie von sich in einem chase yuki wenn du mich hören kannst bleib stehen bleib stehen gegrabt ok decisive nein start achso boah oh ne du musstest übrigens auch mal hängen für das team jetzt erstmal yuki retten ne das war ich gerade schon achso ja gut ich kann ja nix dafür wenn ich dem noch nicht irgendwie komm irgendwo muss er jetzt in der nähe ist ah was wie lost bist du wieder son son sag gerade müsste irgendwo in der nähe sein und was ist los ich sehe ihn wieder nicht ich habe gesagt einmal müsstest du dich netterweise fürs team opfern ja er verfolgt mich ja nicht was soll ich denn tun welch drefe opfer dich schweiß dich vor uns ja der stand gerade vor mir ok da ist der 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 resident evil typi und da ist yuki ist yuki geheilt ich bleib jetzt einfach mal hier stehen läufst du jetzt wieder dem anderen hinterher ja gut ok mach mal den generator weiter ja wenn du da oben dich hier mit dem vergnügt jetzt plot twist ist es eine person aus der community deswegen tötscht diese person dich nicht ach quatsch warum bist du eigentlich bei einer gen-expusion nicht zurückgeschmissen wo soll ich denn hingeschmissen werden achso ja das ist glaube ich der der rechte unten da ist zwar jetzt gerade der chat ein bisschen ähm drüber aber oder so oder wo jetzt ist es auch und ich als die da immer sehr keine die und die 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 das ist da aber das ist was macht ihr denn dass mein mait nicht stirbt ich möchte dass ich das opfer scheibenkleister ja ho ho mit der bulle voll rum den scheibenkleister eigentlich als fluchen weil es ist eigentlich nur scheibenkleister aber scheibenkleister ist doch trotzdem das ist doch wie wenn ich jetzt kekskopf sag oder also das war jetzt nicht geflucht das war nur ein beispiel er muss halt mal beispielen welch träfe weil es da eigentlich was so dinge er hätte ich jetzt fallen lassen oder hast du dich ja weil er kommt möchte euch oder so bist du gerade ich bin irgendwo vorne dass das das geht weg geht rennt einfach rennt ja bei mir ist es doch egal juki lauf du weg sie hört uns nicht der bestimmt auch den stream alles gut da kommt doch das wollte ich nicht aber mich wollte ja ja ich weiß warum was ist denn was 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 hat er denn gegen mich ist ja schon fertig nein der mag mich nicht der killer der will nicht mit mir spielen er hat mir einmal kurz angefasst und dann war es das eigentlich soll ich ja ja ich möchte die ganze nachtschlatscher geben ja okay geh weg geh weg lass mich lass mich hallo wir waren doch wir waren doch freunde hatte ich das gefühl wir beide hatten haben uns doch so gut verstanden also ich dachte eigentlich wir beide müssen nicht kuscheln und weiß nicht wo du mich gerade hin trägst aber wir sind noch nicht so gut weil wir sind die ganze zeit los welch blöbel Übrigens, so sieht das hier gerade aus. Eins Katzer, zweiter Katzer. Beide Katzer hier. Alles nur in deinem Kopf. Ist alles nur in deinem Kopf. Kann den Tag noch nicht weiter. Gieht das nur so aus oder ist das irgendwie unscharf? Wie sieht das besser aus? Yuki, nein, sie kommt. Ja, es kommt. Es kommt. Also nicht der Clown. Yuki, lauf weg. Yuki, lauf. Oh Gott. Es hat Yuki. Wir brauchen noch zwei Generatoren. Schaffen wir eh nicht. Es hat euch beide, oder was? Bitte. Ja. Jawohl. Ja, aber fäng dich gleich an den Haken. Bleib da einfach. Bleib da. Der weiß nicht, wo du bist. Okay. Noch nicht. Nicht machen. Nicht machen. Jetzt kannst du. Jetzt kannst du. Jetzt kannst du. Komm. Hoffentlich kannst du dich frei rügeln. Ich hab alles gegeben. Halbe Opfergabe gemacht. Hey, was? Wo läufst du hin? Du rennst einfach. Ich hab nämlich hier ein Dings gefunden. Ein Mad Kid. Haben wir den jetzt schon? Nein. Was? Der ist wieder ganz von vorne? Wie ganz von vorne? Der eine, der eine Generator. Oh, nee. Er hat mich gefunden. Ah, geh weg. Oh Gott. Ich hab mich voll erschrocken. Oh Gott. Merk schon. Oh Gott. Ah. Wieso lauf ich denn auch noch zu ihm? Nein. Lass mich los. Ich wollte nicht nochmal mit dir kuscheln. Hallo Jack Jack. Hallo Jack Jack. Schön, dass du da bist. Oh. Wir spielen gerade mit einem Strandy, aber in der nächsten Dingsy ist auf alle Fälle Sinny dabei. Der wartet nur darauf, dass wir hier fertig werden. Bei Marty weiß ich nicht, wie es da bei ihm aussieht. Oh nein, er kommt, er kommt, Alex. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Da 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 da. Da 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 da. Du kennst mich doch hier nicht aus, Alex. Du darfst mich nicht alleine lassen. Ich kenn das Game nicht, aber jemand hat gerade versucht, an dir zu knabbern. Ja. Das finde ich nicht so toll. Ich will nicht, dass an mir geknabbert wird. Ich bin sehr glücklich, unknabbert zu sein. Oh nein, Alex. Wieso? Wollte dir Zeit bringen, gehen. Versucht mal, wie das heißt. Oh ja. Zurück zu dem Ort. Wer ich? Nee, der Killer. Ich mach jetzt mal einen Generator hier noch. Hey, hat er dich jetzt liegen gelassen? Hab mich wieder gedroppt. Ich kann. Okay, er hat einfach nur genickt. Aber ich hab kein Unbreakable. Nein. Toll. Ich glaube, er denkt gerade, ich hab Unbreakable. Das hab ich aber nicht. Soll ich mal zu dir kommen? Nee, lass mal. Also, mach erst mal den Generator lieber. Oh, ich glaube, er findet mich. Ach so. Oh ja. Okay, okay. Okay, okay. Hi. Ah, er hat mich mitgenommen einfach. Ich war fast fertig. Ich war schon fast fertig. Wenn er neben, wenn er neben dir steht, bedeutet das, du musst gehen. Ich hab's nicht gesehen, okay? Die Bims droht. Er hat mich einfach eiskalt getötet. Aber wir gehen einfach rückwärts. Ja, ja, ich weiß, Buchi. Ich weiß, dass das ist und das alles nur in meinem Kopf. Ich weiß. Ich weiß, dass es um meinen Kopf geht. Aber es hat so gut gepasst mit deinem Kopf. Das hat einfach so gut gepasst, dass wir in meinem Kopf das gesingen. Alles nur in Son-Sons-Kopf. Weiß ich nicht, ich kann bloß jetzt zu gucken. Du bist the last one lying. Ja. Die existieren alle nur in Son-Sons-Kopf. Da unten ist er. Son-Sons-Kopf ist die Quelle unserer Existenz. Äh. Du redest Unsinn. Unsinn, Marty. Unsinn. Hey, Boy, komm zurück. Häng mich wenigstens. Du verblutest da schon langsam. Ja. Der wollte doch nur am Ohr knabbern. Ich will aber nicht, dass der an meinem Ohr knabbert. Ich will, dass der gar nicht an mir knabbert. Ich will, dass der der Strecken geht oder so. Und mich nicht antatscht einfach so. Hm? Was denken sie immer von mir? Was denken sie immer von mir? Was denken sie immer von mir? Komm, mach jetzt! Ich hab... Ich hab... Tut mir leid, Buchi. I'm sorry. Will der denn mit dir machen? Er hat bestimmt die Hedge gesucht. Ich hab... Such mir mal die Brunnen, Luca. Da war ich, das war meins Generator, da hat er mich geschnappt und aufgehängt. Fand ich nicht okay. Was ist so lustig, Yuki? Ne, da war eine Wand. Da ging es runter. Ja. Das Gehuste von dem. Er hat eine Zigarette im Maul. Ja. Auch nix. Ja. 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 Mach zu, ich hab doch einen Key. Will er nicht. Er soll das eigentlich zu machen. Ja. 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 Schon. Ja. Ja. Hein. Oh. Ja. 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 Meine Mods ist halt Verlass hier. Läuft. Martin. Ja, machen sie gut. Er hatte no way out. Ja toll. So. Ne, warte mal hier. Jetzt noch die Frage, will Martin jetzt auch noch kommen oder nicht? Ne, Martin wollte, wenn dann nur mitspielen, wenn... Wenn Väter gesucht wird. Yes. Habe ich meinen Namen gehört? Ja. Ich spiele nur gegen Random-Killers. Gegen die kannst du dann wenigstens ragen, ne? Ich glaube, das hat er auch erwähnt gehabt. Will die beleidigen können, ohne dass die mich auf Discord finden können. Ja, verstehe ich. Lilo, hast du wieder Escape gedrückt? Jo, fein, machst du das, fein. Luki konnte sich gerade nicht verbinden. Mit was? Äh, so, sie meinte, Verbindung ist getrennt mit dem Chat hier. Ah. Magst du trotzdem mal auf bereit drücken, Alex? Ach so, ich dachte, wir locken jetzt auf Marty. Ne, Martin hat gesagt, er will nur mit Random. Er will nur mit Random-Killer, damit er die beleidigen kann. Beziehungsweise auch die Mütter. Sonst findet er das nicht gut. Äh, Julia, wir sind nicht voll. Rein theoretisch können wir eine Custom Lobby machen, da kann einer Killer spielen. Eben. Das heißt, wenn du noch mitmachen würdest, könntest du reiterisch auch Killer spielen. Grundsätzlich ist es möglich, Julia, wenn du das möchtest. Dann warte ich noch kurz mitbereit und ich guck mal, was die OP eventuell machen könnte, damit es besser funktioniert. Ja, Julia, Killer. Das wird auf alle Fälle lustig. Ja. Aber ich mach nix, Killer. Ich bin raus bei Killer spielen. Oh, ich werd dabei, Killer zu spielen. Oh. Oh. Das hat gezischert. Also die Regel, dass du den Favoriten nicht nehmen soll, nehme ich gerne an. Ich hab keinen Favoriten, weil ich kaum Killer spiele und wenn, dann darf ich die Banane nicht spielen. Welche Banane? Ach so. Geist. Ach so. Ach so. Ja, ich durfte an die Huntress nicht spielen. Oh Gott. Ich merk die nicht. Ich merk die nicht. auch Ghostface und Trickster. Die sind nicht besser. Die sind nicht besser. Die sind nicht besser, Cindy. Die sind nicht besser. Das ist. Das ist. Das ist. Ja. Ich hab doch Nemo-Sass. Das klingt alles nicht so. Das ist. Julia, wie sieht's jetzt aus? Willst du mitspielen oder nicht? Talas. Was sollst du mir anbieten, dann den Wraff zu spielen, die ich nie gespielt habe? Alle Killer sind kacke. Ich meinst es Rave. Rave, Wraff, wie auch immer er ausgesprochen wird. Rave, ja, die Banane. Wenn du dir seine Waffe anguckst, das Ding ist so krumm wie ne Banane. Deswegen Spitzname Banane. Ach so. Ähm, Yuki ist Warte. Gut. Irgendwie fühle ich mich gezwungen, aber gerne. Ach, Julia. Nein. Niemand zwingt dich, wenn du nicht möchtest. Wenn du nicht möchtest, dann machen wir einfach mit Randoms weiter. Das ist gar kein Ding. Und du kriegst einen 2-Stunden-Timeout. Nein, Quatsch. Drei Stunden. Oha. Okay. Hallo? Mix hier mein, mein, mein Julia hier Timeouten, okay? Nein. Halt ich nie im Sinn. Bin ich ehrlich, würde ich mich schuldig fühlen. Ah. Bin mir nicht so sicher. Doch, ich mag, aber ich kann halt nicht Nein sagen. so, hä? Jeden Sack nicht Nein. Okay. So. Ich verstehe, ich verstehe, was sie meint. Also ich hab, ich, ich glaube, ich verstehe, was sie sagen. Und Yuki, du weg. Ja, ich guck gerade, ich such gerade nach, äh, den Servern, wo sie eventuell das, äh, rein, also wo sie vielleicht den Server ändern kann, über den Discord läuft und sich verbindet. Ähm, müssen wir dann... Nicht, dass sie eventuell einen englischen Server hat oder so. Ich finde nur gerade dieses Einstellungsteil nicht. Wenn jetzt, wenn jetzt Julia mit am Stüssel ist hier, müssen wir dann irgendwie die Lobby wechseln, oder? Ja. Ja. Ich hab keine Ahnung von denen, deswegen bin ich wahrscheinlich fertig. Jetzt bin ich fertig. Okay. Ich bin ein Ehegnomen, Marty. Eines Ehegnomen. Dein Ehegnomen. Ehegnomen. Ich hab einen Ehegnomen verstanden, das es gibt. Ehegnomen. 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 Das stimmt auch. Welche, die sich dann bewegen. Oh Gott. Ehegnomen. gespannt hier alexa lieb ich spiele den demogorgon ja total aber recht leicht kaputt zu machen und auskennen du hast kein terroradius natürlich natürlich gehe ich bin noch mal jetzt so kett soll ich dir jetzt mein beileid ausrichten statt herzlichen glückwunsch ja wahrscheinlich aber die 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 cookie kommt schon noch nach hause das wird schon noch julia das wird schon wir spielen jetzt gerade custom runde kett alex ist der killer nicht verarschen ja du bist ja ganz eklige alter die mir bloß weg alter ich hab jetzt keinen bock mehr ich hab jetzt schon keinen bock mehr geh weg sie ist positiv ich hab dich doch schon nein hast du nicht gerade wer fehlt sich weiter gerannt hätte ich nicht verloren ich will nie wieder gegen demogorgon spülen der ist eklig gel stecke meine langen finger in deinen der eben bist du widerlich gut bin aber weg da habe ich doch was gesehen das ist ein schöner blick hier wusste ich doch dass ihr ja alle seid doch ne 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 geh weg von mir ich bin sehr glücklich ohne dich genau yuki gewicht ich glaube du kannst alex noch danke für das portal retten ich habe make of choice tritt danke dich zuerst yuki kommst an den gleichen tag wie silly das ist was gemein ihr seid ja alle in der Nähe und zum Ditter-Doo bist du hin wer hat da gerade jemanden gerettet ich was wo liegst du wie oft du mir vorbeigelaufen bist so lustig du kommst auch am Ziel nein jetzt heilt euch das Blutkrankheiten werden nicht übertragen hier hab ich vorher ausgesagt ich hab wieder gerettet was gruselig wie frech seid ihr denn jedes Mal wenn ich abhaue jedes Mal wenn ich abhaue ja komisch gell ganz komisch ey was haust du ab ich war zweimal der Rettung der Not ey ich seh da jemanden rumwatschen oh mein Gott nee bitte oh dammit ich hab ich grad dreimal vor demselben Grasheim erschrocken was kann ich eigentlich aber ich häng dich nicht nochmal auf das wäre allerdings viel Erfolg Luca hier kommt es doch noch irgendwo jemand oh Gott machen wir erstmal das Ding kaputt wenn ihr möchtet könnt ihr Yuki gerne aufheben wenn ihr möchtet könnt ihr Yuki gerne aufheben ich hoffe nämlich hat sie auch gerade eben schon aufgehangen weil es nächstes ist eigentlich Julia dran glaube ich hier schau Julia Julia ich ja übrigens ihr könnt doch meine Portale kaputt machen nur so zu ihm ja 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 was ist gut gewissen aber gib keine Nieds Hamm ich hab keine Nieds Hamm hat kein Portal angefasst keiner hat dein Portal angefasst ich hab eins Dings die fertig die Hapri soll sterben Oh Ah bitte nimmt es nicht zu ernst ich will nicht sterben Überall taucht dieser Dimahogon auf. Der sollte dann mal seinen Guri sehen ey, der ist erst mal ekelhaft. Ich weiß halt, dass du den schon gesehen hast. Ich hab den noch nicht gesehen, glaub ich. Bin mir nicht ganz sicher. Willst du mal mein Portal dahinten weg an, wer auch immer das ist, wer auch immer so dreist ist, weg, Finger weg von meinem Portal. Du da hinten, da bist du. Aha, Teddy. Da hörst du nur das Kick an. Beide Male, will ich mal angesagt, will ich mal gesagt haben. Wenn ich sage, Finger weg. Ich bin aber auch wieder weg, ich hab dich ja grad schon beschlagen. Wie viele Portale hast du? Ich kann insgesamt sieben Stück platzieren. Ich kann sie immer wieder platzieren. Ach wow, wie unfair ist das denn? Ja, aber es dauert halt. Übel lange. Übel die Zeitverschwendung eigentlich. Guck, guck. Nein, ach komm, ich war fast fertig mit Obst. Ja, das darfst du von vorne anfangen. Ach, schönen Dank auch. Dann zeig mal deine Looping-Skills. Ach komm. Oh, ich hab dich verloren. Scheiße. Ist okay, Chiara. Viel Erfolg und pass auf dich auf. Ich hab dich verloren. Das Kornfeld ist mit dem Kornfeld. Ich geh wieder. Da hinten. Da hinten sind ein paar Menschen. Hm, hier sind Menschis. 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 Was machst du auf dem Balkon da oben? Ach, WhatsApp. Ich bin gleich hinter dir. Ich hab da wieder hinten hoch. Total schon. Schlaf, Buki. Ich wollte im Mund nicht zu weit aufreisen. Schön, dass du da warst. Gute Nacht. Und viel Erfolg für morgen. Ich weiß nicht, worum es geht, aber viel Erfolg. Ja, viel Erfolg auch. Ach so, ja, Laura, verkack bitte. Nicht. Verkack bitte. Ja. Ich darf das. Hau, Koffi. Es bringt nicht Sachen zu schauen. Oh, nee. Gut, ich stimme ja auch irgendwie. Irgendwie mache ich das freiwillig, aber trotzdem zwingt sie mich. Die wollen mich doch farsch mit ihren Skillchecks hier. So. Mhm. Das ist nicht so. Ah! Oh, Alter. Da bin ich wieder. Hihi. Du hinkst aber grad schon, Julia hing glaub ich noch gar nicht. Ja, hallo, lass mir meinen Erfolg. Nein. Ich hab schon zwei Ding-Dings, die es gedingst. Irgendjemand ist gefährdet, den hol' ich mir auch gleich. Irgendjemanden kann nicht hier vorne töten. Und einen zu. Ob der auch mit? Ich hing, glaub ich, unten. Hingst du schon zweimal? Ne, einmal. Okay. Ja, wow. Also, es ist sehr unpasschämt, sie in den Keller einzug...eng aufzwingen. Ich bin hier raus. Das ist doch noch gleich. Oh Gott. Hallo. Ich dachte, du läufst vielleicht weiter. Hätte ja sein können. Aber du kannst dich beide mal retten. Ja, will ich ja. Dann lass mich doch. Mach ich doch. Okay. Hallo, ja, ja. Hallo, schön, dass du da bist. Ich hab schon mal, ich sterbe hier langsam. Ja, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Nein! Nein, 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 nein! Runter mit dir! Danke schön. Runter mit dir! Danke. Eieieiei! Eieiei! Ich hab' schon wieder alles voll, wahrscheinlich. Wir gehen spazieren. Ja. Die Genschen, das ist voll dumm. Oh, mein Gott. Oh, ein Mori. Ja, ein Mori. Sieht doch lecker aus, oder? Oha. Oha. Gott, oha. Nicht du? Ja, okay. Oh, ne. Hilfe. Radum. Geh weg. Ey, ich war hier beschäftigt. Einmal. Sonson, du hängst bestimmt auch schon zweimal, oder? Ich hing schon zweimal. Du darfst mich nicht hängen. Soll ich dich? Dann guck ich doch einfach nach. Kann ich dich mori? Nein, kann ich nicht. Okay. Das hättet ihr klappen können. Wo ist denn der Rest? Wo sind die anderen Schlaf hier? Weg. Hilfe. Ja, hallo, wenn du mich fast tötest. Julia. Ja, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Hi, 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 häng da, wo ich dich vorhin gerettet habe. Ja, ich weiß nicht, wo du bist, aber ich weiß nicht, wo ich bin. Ich lauf doch einfach auf mich zu. Du siehst mich doch. Ja, okay. Da, da, da. Ja. Cindy ist da. Ich bin halt gefühlt am anderen Ende meines Lebens an. Okay, mach mal einfach einen Generator. Wollte ich aber dann können. Warum kommst du jetzt von hier? Das ist das Monster Stranger Things, ja. 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 Ich will mich verfolgt. Ich weiß nicht, ob ich verfolgt bin. Ja. Ich werde verfolgt. Komm mit. Wieder Cindy's Haken. Och, nö. Schlimm. Doch. Mittlerweile müssen wir auch schon V-Aids kriegen. Nein, ihr seid doch alle kerngesund. Ja, genau. Von Loni, ja? Ja, ja. Oh, Loni. Ich werde es nicht überleben. Oh, wieso? Nein! Ich häng schon zweimal, bitte. Na ja. Jetzt kommt der Mori. Nein! Wir müssen nicht... Wieso? Der sieht doch bei dem Killer so schön saftig aus. Toll. Ist da nicht irgendwo noch... Oh! Nein! Jo. Ich trag dich jetzt noch auf eine offene Fläche. Vielleicht gucken die anderen mit zu. Ja, als wenn ich da jetzt mit zugucken würde. Schiss zu sehen und verbluten. Dann kriegst du selber einen eigenen ab. Hier liegt eine Leiche. Ja. Das sieht voll ungesund aus. Das bist du meinst so groß. Lecker. Das bin wohl ich. Die Leiche. Ja, Juni. Geh jetzt nicht Blut neben dir. Oh, hallo. Julia, pass auf dich auf, bitte. Geht der jetzt hinter mir, oder nicht? Oh, ne! Oh, ne! Nein! Geh weg! Lass... Nein! Ah! 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 Ach, ich bin nicht... Ah! Ah! Julia, geh weg! Nein! Ah! 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 Oh mein Gott! Das wäre doch schon wieder! Das wäre doch schon wieder! Ah! 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 Ja! Ah! Wie eklig willst du sein, Demogorgon? Ja! Ah! Oh, eklig! Uff! Und dann würdest du sagen, dass, äh, Rafe dein favorite ist! Also echt! Oh! Weil du kannst ihn halt leicht auf, auf Play den Demogorgon, wenn er seine Shred Attacken macht! Also dann hinspringen! Wie hör mal! Ich hab mir überlegen, was du da hast! Uff! Wie im Sinn! Ja! Gut! Wer ist der nächste Killer? Ich nicht! Oh! Ich seh nicht! Er ist der Killer! Perfekt! Nein, ich wurde nicht jetzt in Survivor wechseln! He? Vielleicht doch! So eklig war das nicht! Ich fand das schon eklig! Ich fand's lustig! Ich fand's lustig! Ich hab... also das Intros, Losliga! ist auch alles dunkel ich habe keinen plan was die bringen steht doch alles drinnen musst du ja tut mir leid dass du magendarm hast dafür muss es ein timeout geben was durch geht ist kann ich lesen wieso hast du es denn nicht auf deutsch als deutsch komische sprache ist manche übersetzungen sind wirklich ein bisschen komisch ich finde deutsch generell komisch und wie läuft folgeist bei dir ja ja rick ist nach so meine antwort drauf wer was das für heklig ist wie alex alex ist dann richtig stolz und ich habe alex gibt es also gut gemacht martin ist sehr gut gemacht ich fand es mega toll ich habe mich gerade sehr amüsiert ich kann ich lesen auch da steht sogar richtig die habe ich nicht das klingt interessant nicht gut und nein böses vollgeist werde ich glaube ich würde am anfang auch nicht klarkommen ich habe es nicht so nicht mehr aufgebaut ist ich bin immer sauer dass jetzt kostenlos ist nicht dass ich 20 euro gekauft habe same haben sie wenigstens so gemacht dass du dann viele vorteile hast wenn du sie gekauft hast eben das ist wirklich etwas gutes daran nee das war aber folge ist nicht du hast du kostenlos ich hatte 41 kronen 41 kronen und habe jetzt halt 140.000 kudos aber ganz ehrlich wenn ich das gewusst hätte dass ich meine kronen verliere hätte ich die vorher noch ausgegeben weil so geil sind die kudos nicht also die kann ich so oder so sammeln folge ist es nun kostenlos lasst uns das mal gemeinsam spielen ja bitte sehr bestimmt lustig ich finde dieses dass das a von last groß geschrieben es wird so interessant also nicht so also so ich weiß ich habe es gemerkt das ist jetzt bestimmt ein ghost fest das klingt nicht so würde ich das gut finden ich weiß nicht was das ist aber seri tschöplich das nennt sich videospielen und bildschirm ja ja ich lege es wird öfters öfters ich weiß nicht was das ist aber seri tschöplich grüße auch immer yuki ich habe mich so verfolgt gefühlt bei schritte gehört auch nicht ständig ich habe dich gestalkt okay gib mir dein spotify und ich stalk dich zurück ich bin kein spotify er droht einfach gleich hier vielleicht nicht starken kann ich verstehe ja wäre nett wenn man mich rette Ja, komm gleich auf dem Weg zu dir. Ich verlaufe mich gerade. Ja, das sehe ich. Ich muss Trigger platzieren, die dafür sorgen, dass Cindy richtig genervt ist. Ich habe absolut keinen Plan, wo ich bin. Ach, fiss dich. Geh weg von mir. Lass mich in Ruhe. Sollte ich rennen? Weiß ich nicht. Oh ja, sollte ich. Ja, sollte ich. Dann gehe ich halt in die andere Richtung, wenn du die Tür kaputt hast. Die Frage ist, wie weit muss ich rennen? Dann gehe ich wieder in die andere Richtung, wenn du zu mir läufst. Und ich will hüpfen können, meine Güte. Musst du eigentlich wirklich Ruin benutzen? Ist das dein Ernst? Musst du auf solche dreckigen Mittel zurückgreifen? Jo. Anscheinend. Wir sind halt einfach gut. Bin ich einfach toll. Ich guck dir ins Auge, ich steck dir gefühlt meinen Finger in den Po und nichts passiert. Boah, hör auf mich hier. Ich will nicht. Ich will nicht, dass du mich so anguckst. Guck wen anders an. Das gefällt mir nicht. Warum bleibst du stehen? Ich bin erschrocken. Stalker. Ich bin erschrocken. Und dann waren meine Hände nicht mehr an meiner Dostatur. Hehehehe. Los, Schüler, wiggeln. Ich versuch's. Wiggle schneller. Ja. Alles gut. Grat. Ich hab da nie so gut geholt. Ja. Wenn du einfach Ruin benutzt, dann hast du dir wirklich dieses Sammo verdient. Aber wo folgt der mich denn jetzt noch? Na, weil du veretzt bist. In Ruhe. Oh, Julia. Julia weint innerlich. Nein. Aber jetzt hast du Julia zum Weinen gebracht. Nein. Die weint auch äußerlich. Nicht bloß innerlich. Man hört's doch. Ich bin zu stolz auf dich. Nein, gar nicht. Leute, können wir mal bitte das Ruintotum suchen. Da muss ja Generatoren treten. Also ganz ehrlich, wenn ich so schreien würde, die gigantsten Leute immer tun, wenn du mich wär, ich wär heiser. Und ich schreie schon fast so wie ihr. Was denn so heiser bist? Nein. Ich bin krank. Und ich hab letztens gesagt bekommen, dass ich klinge, wie das ich seit 10 Jahren trinke. Oh, nee. Also. Ich glaub, es ist meine Nummer in Stimme. Abgesehen von dem kranken Teil. Ja. Ähm. Ist eigentlich irgendwer noch so... Okay, ich lauf mal zu Julia. Okay, langsam sollte mich wer rausholen. Ja. Nee, ich mach schon. Ich bin näher dran als zu so'n Machen-Generator. Also irgendwer ist halt noch näher dran. Glaube ich. Also so viel näher warst du jetzt nicht, gäh? Ja. Nein, ich dachte, Cindy läuft jetzt zurück zum Ark. Einfach nur, um mich wegzusnacken. Okay. Nein! Verdammt! Nein, Yuki! Nein! Mir riecht's nach Essen, das stört mich grad zu sehr. Hast du jetzt Hunger? Nein, aber es stört mich. Bei mir gab's gerade richtig fette Burger. Bei mir gab's Brötchen. Mit so viel zu viel sauren Gürkchen. Und nett. Und so fragwürdiger Schinken. Der war echt... Hast du gesagt, die Burger sind fett? Oh, hau ab, Mann! Lauf, 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 lauf! Oh, bin ich hier? Das weiß ich nicht, Julia. Wenn du'n Generator findest, mach einfach einen. Kannst du nehmen, wie ich willst? Jetzt versteck ich mich irgendwo, hab' ich self-care. Das Ding ist, ich bin halt auch immer so naiv zu denken, dass wenn ich nicht weiß, wo ich bin, dass das kein anderer weiß. Ähm, hab' ich früher auch in Dead by Daylight gedacht. Mich wurde eines Besseren belehrt. Was, so guckig? Ja, werde ich täglich. Ich spiel' das nicht täglich, aber werde ich trotzdem täglich. Hast du mich verloren? Ja, ich hab' dich ganz schön lange verfolgt, aber dann hab' ich dich verloren. Ja, du bist hinter dem Holz auf der anderen Seite lang gelaufen. Ich hab' mal gedacht, hm, das sieht so aus, als hat er keinen Plan, dass ich wieder zurücklaufe. Laufen wir weiter. Und dann bin ich beim Holz einfach in die andere Richtung gelaufen, wieder zurück. Ich bin 26 Mal am Kreis gelaufen. Ich renne zu lange. Nee, hier. Oh, Heißgericht. Der riecht's nach Heißgericht. Wird ja immer besser hier. Ja, warum? Ich kann halt auch einfach keinen Generator machen. Weil jedes Mal, wenn ich ihn mache, und er schon recht weit ist, kommst du einfach, und dann denkst du dich ruinend an. Finger in Po und Mexiko. Oh! Oh! Ich kann keinen Generator machen, wenn ich grad zu irgendeinem Prozent fliege. Ach, komm. Yuki hat einfach kein Glück hier. Naja. Uff. Ich fühl dich leider. Ach, schau nicht mal, wo ich bin. Den Hit tank ich. Genau, das macht er sehr. Das hat der super Punkt. Ich hab schon was Besseres erhaut. Oh mein Gott, das hätte fast geklappt. Oh, ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Du hängst das erste Mal jetzt. Und im Keller. Soll ich mal einen Typ geben? Soll ich mal einen Typ geben? Du lagst grad neben meinem Kuchen. Das war's jetzt. Ja. Steht das da auch in der Ecke drin? Nicht in der Ecke. Aber in der Nähe. Ach, du sagst die Ecke weiter. An der Kiste. So ungefähr. Ich lauf da hundertmal vorbei, Alter. Ich kann friedvoll sterben, jetzt. Kann mich mehr friedvoll wetten? Okay. Du hast eingegangen. Okay. I guess this is my life now. Yes. This is the rest of your life now. Ah! Der Steil! Das ist mein Schiff. Und dann kommst du raus. Dann spinnen raus. Und gib Murmuri gibts noch nicht. Wieso erzählst du das denn? Er weiß noch nicht welcher Spin. Weißt du wie viele es gibt? Ist mir egal, der hat mich vor schon halb gehabt. Alle! Ich glaube, ich bin tot. Was? Das sollte ich nicht so ernst meinen verdanken. Danke schön! Wiedersehen! Tschüss! Ich hab meine Angst. Ich hab meine Angst. Ich hab meine Angst. Ich bin ein W. Ich bin ein W. Was ist das? Ich habe Angst. ich habe es ja nicht einmal sonst gefunden kann das sein was doch doch also wir haben uns schon öfter gesehen auf alle fälle nicht gern verfreut sich denn da wird so auf jeden Fall jetzt auch alle sterben das ist passiert Julia nicht sterben bitte ähm das hättest du fast ein bisschen eher sagen sollen ja ich habe mir auch gerade gedacht ich bin selbst in Ordnung wie ein Ghost Tricks hey war das selbe da hat er sich nicht nur eingefangen mit absichten ja der will nicht ich bin wieder bei einem totem vorbeigelaufen ich weiß nicht die Leute mir hinterher als ob ich das jetzt einfach so richtig random machen also das für eine Idee ich habe jetzt nicht gerechnet dass du klingt das ja nur einmal ja ich bin ehrlich ich habe gedacht du bleibst nochmal zurück ne ne wieder da hello meine auch Ich bin verwirrt. Was hab ich verpasst? Was verwirrt ich denn? Einfach am Tunnel hier. Das. Ach so, ich hab auf die falsche Taste geklickt. Okay, ich bin doch nicht verwirrt. Ich muss aber sagen, der Ghostface Mori ist der einzige, der mich büttelt. Wo bist du hin? Hey, ich lebe. Ja, nee, weil irgendwie bist du nicht mehr in dem Ding. Hier steht nur Dings und Alex sind in einem Match. Ah! Tschüss! Yuki, komm! Lauf! Yuki! Hier ist eine Falle. Aber ich kann durch die Falle selber. Warum ist die? Oh Mann! Hexious fried. Das dachte ich mir schon. Chili, das hab ich nicht erraten. Grün und... Ja, okay. Hamsterli, vielen, vielen Dank für deinen Resub. Drei Monate schon. Oh wow. Oh wowie. Ah ja, du musst ein bisschen mehr darüber. Ja, was ist los, Marty? Julia sagt, es gab heute fragwürdigen Schinken. Kannst du mal herausfinden, was das genau ist? Äh... Julia erklär dich. Also, meine... meine Mutter hat gesagt, es ist ähm... 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 Resketterschenken. aber dass ich das hat mich verwirrt weil da ist kein schenken die besten drei monate hamsterli die sind wieder da ich habe ich habe ich habe gedacht das was ich habe es wenigstens eine gute wahl mit flip-flop soul guard und am sali war es gut heute bei dir war es gut ja mir geht es gut ich hoffe dir auch und ich hoffe du hattest einen schönen abend also ich habe jetzt das komischste gemacht was es gibt und zwar habe ich jedes budentote ausgerüstet ach du scheiße sehr gut hamsterli sehr sehr gut sehr 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 gut ich bin bereit ich noch nicht muss man hier ganz kurz noch jetzt jemanden ich werde doch nicht so viele runden machen weil ich wollen früher daraus ja es ist auch schon 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 man muss ja manchmal haben es da glücklich nom nom des ist toll das freut mich das freut mich sehr so muss das sein ich wollte gerade sagen regelbruch wir können alle verlassen ich habe gar nicht also ich glaube wirklich das mensch das wirklich sogar nicht einfach lieblingspäler gepickt wahrscheinlich die ganze zeit solo gespielt selber einfach die ganze zeit reingeschwitzt wo sind wir in der schule sind wir wieder in diesem ort richtig den boden gefallen wenn wir mich dann sechs mal verlaufen haben ja was ist das denn für eine mittelschule eine schule ja die ist ein bisschen also die ist ein bisschen tot die schule und so heimlos von was von alles hallo kendo hallo kiara du kendo musst du musst wie mussten du arbeiten die woche sind die eigentlich so jahre wir stressen dich jetzt in dem das schöne ist die map ist nicht so gut wenn du unten willst jemanden triffst und alle anderen leute da kommst du nicht herzlichen glückwunsch zu kukikendo das gesehen wann hast du das gesehen oder es hat die verloren bin zu verwirrt von meinem leben was ist denn das für ein kukik rein mich halt an Ken, du, ist es eine Woche, wo du immer erst so gegen 22 Uhr zu Hause bist? Das wäre schlecht. Er ist immer noch nicht, wo ich bin. Wie, wie, wie ist es mit morgen bei dir? Kennt du? Nee, ist nicht mein Arbeitswochenende. Okay, morgen. Morgen passt gut. Dann solltest du morgen ab 18 Uhr im Stissel sein, dann gibt's Outlast. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Morgen ab 18 Uhr im Stissel. Ja. Da bin ich, glaube ich, nicht da. Mist. Morgen ist was für ein Wochentag? Donnerstag. Aber morgen ist einjähriges. Twitch einjähriges. Ah, geh weg von mir! Geh weg! Ich bin morgen dran da. Ah, nein, warte, wo laufe ich hin? Ich bin blind. Also, ich bin so viel so dran. Ach, really? Mich halt immer da. Der Hype, der Kendo gleich. Der Hype, der gleich hier. Ja, ich werde morgen sterben. Es gibt erst Outlast und, also zumindest versuche ich ein, also ich versuche zwei Stunden Outlast zu machen. Versuche zwei Stunden zu machen. Also eine Stunde definitiv. Versuche die zwei durchzustehen. Wenn du anderthalb spielst, musst du dann einfach nur noch anderthalb machen, oder musst du dann immer noch zwei machen? Was nochmal, wenn ich? Ich bin mir gerade auf Sterni gleich streamen. Wenn du anderthalb spielst, musst du dann beim nächsten Mal nur noch anderthalb machen, oder musst du dann immer noch zwei machen? Nee, dann muss ich anderthalb machen. Insgesamt muss ich drei machen. Okay. Also ich versuche mindestens eine zu machen, am liebsten zwei. Wenn Sterni gleich live geht, muss ich sie, muss ich hier lurken. Bin total übermüdet heute. Oh nein. Musst du mehr schlafen? Ja, Sterni geht um zwei Stunden wieder live. Kein Thema, Titi. Alles gut. Ah, ich muss die Kapps-Gillchecks mal auf, wenn sie existieren. Oh nee. Lass dann so. Nein, nein. Yuki, geh weg. Geh. Uah! Und Luschen nimmt sich frei. Und sonnlich Schlussfeierabend. Ach, da kann ich nicht rüber, okay. Äh. Du bimmst an mir vorbeigelaufen. Ich lauf wieder zurück. Tschüss. Und sonn. Tschüss, ihr Luschen. Ja, alles gut. Luschen droht. Wieso droht er? Ne, ist alles gut. Aber er droht mal in diese Dinge. Hat er nicht. Das ist der andere. Die sehen gleich aus. Der eine ist umgedreht, der andere nicht. Hä? Er hat es umgedreht. Ich bin verwirrt von den Dinger. Die drohen mich beide voll. Ich hab so toll gewinkelt. Mein Kopfhörer. Von meinem Kopfhörer. Ach komm. Ich wollte es sicherstellen. Oh nein, Kendo, das tut mir leid. Ich hoffe, es geht dir besser. Warum liege ich denn jetzt auf dem Boden? Seit wann liege ich auf dem Boden? Ich hab doch frei mal gedrückt. Wie viele Massagen hab ich gedrückt? Ja, ja, das ist vollkommen in Ordnung, Luschen. Ist alles gut. Jetzt blut ich aus. Nein. Hallo. Wir sind hier im Heilen. Danke, Yuki. Das ist doch scheiße. Wir sind hier. Du läufst an den beiden vorbei, um mich zu holen. Ja. Julia? Ja? Magst du mich auch vielleicht ein bisschen heilen? Ach so, Entschuldigung. Oh mein Gott, ich hab auch den Skillcheck verpackt. Schon sehr mies, so aufwürdig zu heilen. Ja. Hallo, Yuki. Tschüss. Wiedersehen. Okay. Okay. Ah, okay. Immer ich. Ey, ihr habt uns so ein bisschen früher hin. Du musst als erstes sterben. Wann? Oh. Was? Was? Okay, das habe ich verdient. Das habe ich verdient, aber lass mich in Ruhe. Gib zu, das habe ich verdient, aber lass mich in Ruhe. Bis später. Ja, ja, alles gut. Julia? Ich bin in der Ecke und ich komme hier nicht raus. Aber ich glaube, so lange... Bleib doch stehen. Ach so, da bist du. So lange werde ich jetzt glaube ich auch nicht mehr streamen. Aber ein bisschen noch. Polarsternchen hält die Haare beim Übergeben. Wie süß bist du? Ah, Hilfe. Mein Monitor stirbt. Oh nee. Ich gehe jetzt hier eigentlich irgendwo. Warum musst du Julia fangen? Meine Wehtaste mobbt mich. Verwirrt. Verwirrt. Ja, nimm mich mit. Häng mich auf. Häng dich auf. Äh, Julia? Geht's dir gut? Muss ich mir Sorgen machen? Äh, komm. Ich glaube, ich bin mir. Ach so, sie war doch auf mir. Ich habe die ganze Tasche noch dafür aufgegeben. Verfolge dich jetzt. Ja, alles gut, Kat. Sehr gut. Sehr gut. Leute, wenn ihr okay sein wollt, geht in mein Boom-Toto rein. Ja. Geht zum Bowling am Samstag. Hab das erst zweimal gemacht. Wird so ein Fail. Das wird super, Hamsterly. Du, du schaffst das. Das wird richtig... Au! Oh Gott, das habe ich nicht gecheckt. Ups. Äh. Okay, Stern ist gerade live gegangen. Ich werde nur die Gärten. Nein. Nein. Stopp. Servus. Nein. Geh weg von mir. Na-ah. Du, ja, ich komme... Was macht das Wotum eigentlich? Äh. Zum einen, mach das dich 7% schneller. Auch wenn du aus dem Reich ausläufst. Dann hast du Shadow Step. Das heißt, du hast keine Kraftspuren in dem Bereich. Du kannst es schneller heilen. Und wenn du auf dem Boden liegst, recoverst du schneller. Du, ja, komm mal bitte mit. Komm mal bitte mit. Mhm. Ich bin so schnell. Komm hier rein. Du bist zu schnell. Bin ich nicht. Auch. Ist es eigentlich jetzt irgendwie normal, dass wenn man jemanden heilt und dann nicht geheilt wird, dass dann die Leiste wieder runter geht? Ich habe schon ein Slurky gemacht, Kichi. Danke, ja. Ich habe schon hier, während ich jetzt hier am Haken hänge, schnell einen Lurky-Tapf bei Sterni aufgemacht. Ich komm. Es ist nicht fast, es ist aber, es leuchtet. Danke. HAAAHH! Atsch. Hallo? Ich will mich sehen, komm mit mir gerade. Arte. Wenn du die Palette nicht kaputt machst, sind wir hier noch den ganzen Tag beschäftigt. Mhm. Wir sind jetzt erst mal bei zwei Gins, die wir jetzt gemacht haben. Hilfe. Ja. Ja. Ich geb mir gerade Mühe. Das ist toll, Alex. Gut, dass du dir Mühe gibst. Ich bin einfach nur lost. Oh, hallo, Julia. Weißt du zufällig, wo wir sind? Weil ich weiß es nicht. Oh, komm mal zu mir. Ich finde auch keine Gens, ne? Was du steckst fest. Wir haben einen Gen gefunden. Komm mit. Ich hab einen Killer gefunden. Oh, ne. Warum? Warte, da, 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 da. Da sind wir unten. Ich bin aber froh, dass keine Thanatophobie ausgerüstet wird. Weiß nicht, wo ich bin. Wie mein Schar heult krass rum. Aber ich mag's hier nicht. Ich hasse die Schule. Wieso? Oh, zum Fall ich hätte fertig gespielt. Vielleicht Trauma oder so. Hast du die Schule? Es gibt viele Orte, die ich lieber mag. Ne, ich bin gar nicht da. Ich bin doch gar... Geh weg. Komm doch hier nicht weg. Geh doch einfach. Ich bin gar nicht weg. Hätte ich überhaupt noch fach wollen. Okay, tschüss. Äh, ich hab doch kein Tschüss gesagt. Ups. Mein Internet ist gestorben. Das ist schlecht. Oh nein. Oh nein. Ich weiß, dass das mein Nagenkabel... Äh, äh. Ich weiß grad nicht mal mehr, wo ich bin und wo ich schon lang gelatscht bin, weil ich abgestürzt bin. Oh, Julia. Oh, Julia. Sie ist nicht so gut. Passt hier drauf. Geheilt werden. Der Killer ist ja ganz okay, aber der Unterricht nicht. Julia. Ja, hallo, ich nehme lieber den Killer, der will in so einer Schule unterrichtet werden, wo man sich alle zwei Sekunden trifft und dann durch ein Loch im Boden fällt. Das ist das Schlimme dran. Dass man durch ein Loch im Boden fällt. Nicht, dass ein Killer einen... Ach, das ist das Angenehme. Nein, nein. Also, ich fahr lieber durch den Boden und fährt umgewacht als in so einer Schule. Hast du mich grad abgestochen? Nein, du bist losgelaufen. Ich hab nix gemacht. Ich auch nicht. Dann hat deine Maus nicht richtig funktioniert. Perfekt. Er hat mich abgestochen, Son-Son. Was? Du lebst doch noch. Okay. Ja, aber ich dachte... Warte, was? Ich krieg dir. Ja, voll gut, Hamsterli. Es hat sich so angehört. Mega gut, ich freu mich voll. Ich bin tot. Ich wurde sechsmal von einem Mörder abgestochen. Aua. Und liegen gelassen. Ein richtig guter Tag bei dir. Das freut mich so sehr. So. Äh, okay. Also entweder da war grad ein Killer sehr, sehr freundlich oder sehr, sehr blind. Yuki ist sehr freundlich. Okay. Ups. Kackt. Weiß nicht, wer da hinten gerade langgeschlichen ist, aber ich bin am Generator. Au. Er ist fertig. Oh. Voll gut. Aus hier. Wo ist der Ausgang? Aber Alex. Hier. Das erste Mal hänge ich hin. Wo ist Alex und wie kommen wir dahin? Geh da, geh da, geh da, geh da, geh da. Geh da, geradeaus. Geh wo? Geradeaus. Geradeaus. Ich bin verwirrt. Warum muss ich geradeaus noch nie, war ich noch nie? Was ist denn das für ein Ort? Achso. Das ist der Ausgang, Julia. Ja, ich muss jetzt mal gucken, wo die, wo, wo, wo's hochgeht. Ach, da. Ich hab'n Ausgang. Ach, hier ist der Ausgang. Ach, hier ist der Ausgang. Nicht durchmachen, nicht durchmachen, nicht durchmachen. Nicht fertig aufmachen. Ey, wieso? Ja, wenn wir noch Zeit haben, da, um alle zu retten. Das ist die Punkt. Ja. Oh mein Gott, du hast ne LGBT-Flagge an deinem, an deinem Hürzel. Fancy. Was bist'n du? Ach, der Ruf. Blind. Ich bin da nochmal. Hilfe, 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 Hilfe. Reden. Reden. Oh nein. Am Ausgang. Was? Ah, 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 ah. Ich hänge. Nee, ich hänge doch nicht. Ich hinterfrag diese Entscheidung nicht. Okay, gleich hänge ich. Ich bin tot. Alex, ich bin eh tot. Ich bin tot. Denn. Wiggle. 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 Ich hänge schon zweimal. Ich bin tot. Lauf, lauf, jetzt. Lauf, jetzt. Ich bin da nicht. Meine Taste funktioniert nicht. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Warte mal, wo ist denn der Ausgang schon wieder? Gerade aus, gerade aus, gerade aus. Gerade aus, gerade aus. Gerade aus, gerade aus. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf. Lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Lauf, 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 lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Yuki war sehr freundlich zu uns, ne? Yuki war sehr, sehr freundlich zu uns. Das war richtig schlecht. Komm, dann kann ich ja jetzt sterben. Ich find's eigentlich schön. Okay, Herzinfarkt. Oh, ständig, aber 200 Follower? Echt? Ich atme. Ich atme. Es war knapp, aber ich atme. Wahrscheinlich zu viel meine Connection. Gottlos. Okay. Und da ist ein Blut mit einer sehr komischen Hand und einer sehr fanzigen Waffe. Und da ist Blut dran. Leute, für mich war das jetzt das letzte Spiel. Okay, Alex. Danke, dass du dabei warst. Ich atme doch. Oh. Kein Problem. Bis zum nächsten Mal, dann oder bis morgen. Ja. Dankeschön. Tschüss. 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 Ich hab geschlafen. Ist der Rest noch dabei? Ich wär noch dabei. Ja, ich auch. Ich wär noch dabei, bis bei mir dunkel ist. Das kann noch so ein Stündchen dauern. Hä? Es ist doch schon dunkel. Okay. Bei mir ist hell. Ich könnte noch lesen. Mein Licht ist aus und ich könnte hier lesen. Okay. Hier wird's nicht dunkel. Ich wohne in der Stadt. Äh, wartet mal. Sind wir jetzt wieder in der... Achso, da hab ich mit Jessie herausgefunden sollen sollen, dass bei euch wird früher dunkel als bei mir. Äh. Wir sind wieder in dein Custom-Ding. Ja, das ist falsch. Wartet mal. Rieke? Wir müssen... Wir müssen ja in... In Dingsi. Jetzt brauchen wir... Rieke? Ich hatte in nächster Zeit nicht vor, irgendwie aufzuhören zu atmen. Nein, Lilo. Oh, nicht, nein, nicht mich so... Was passiert da so irgendwo? Oh. Ich werde abgeleckt. Knuffig. Knuffig. Ja, das ist man... Es ist schon irgendwie knuffig, ist aber auch ein bisschen eklig. Ja. Ja, dann ja. Äh... Mal gucken, mal kurz gucken. Ja. Okay, passt. Glaub ich. Das ist süß, Rieke. Das ist einfach süß. Achso, ich habe keinen... Ach, ach, das ist das Problem. Okidoki. Jetzt habe ich Discord vor den Twitch-Chat geschoben. Was hast du vor den Twitch-Chat geschoben? Discord. Äh... Immer, weil ich schiebe immer Discord vor den Stream, damit ich weiß nicht warum. Mal gucken, was hab ich... Julia, drückst du noch bereit? Achso, ja, warte. Ich war noch beschäftigt, genug Punkte auszureden. Kannst du trotzdem machen. Ja, das habe ich vergessen. Alles gut. Ich habe so viele davon. Oh, ich habe gerade auch wieder welche gekauft. Wollte ich kaufen. Wir haben das einfach genommen hier, was ich kaufen wollte. Ja, ist schlimm. Schon wieder? Was haben die denn? Die wollen dich ein bisschen mobben. Ich merke. Alles für mich mobben. Ja. 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 Stimmt. Ja. Ja. Ja, irgendwann triffst du drauf. dann dann findest dann findest du es raus jetzt habe ich ja das ist das ist ein bisschen mies dann ja also die tipps fehlen ja auch weil du hast halt dann doch ungefähr gewusst okay der wird es könnte sein dass der sound alert vielleicht nicht ankam wegen ich hatte kurz ganz kurz den den desktop gemutet vielleicht kam deswegen der sound alert ich glaube ich bin eingesperrt es ist es ist es ist das geister ding sie ich bin so los ich bin durch kadaver gelaufen diese komische frau deren haare zu berge stehen ich sollte wegrennen ich sollte wegrennen ich sollte aufhören stehen zu bleiben wenn ich einen herzenfall kriege spirit ja und ja es lag bloß es lag bloß daran dass ich bloß kurz sternen hier reingeguckt haben zwei marken mit ihr gequatscht haben und deswegen das hat juki voll gut gemacht juki ja ich habe es mir gerade gedacht oh no okay sie lässt mich in ruhe ja vielleicht hat sie den leck auch gesehen keine ahnung nicht einem komplo nein schnag hatte mich bewegt schön macht ihr das tut richtig nein nein ich bin ja ihr macht sehr gut ich weiß nicht was passiert ist aber es klingt nicht gut wieso hängen hier über lichterketten wenn ich nicht dauernd immer dieses kill checks vermasseln würde ich alles gut macht die wahnsinnig wir brauchen kompetentere helfer nein wir beide schaffen den jen ich treffe immer meine tasten ich bleibe einfach hier Oh, ne! Ha! Nein. 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 Ich finde die auch nicht gut. Ich mache bestimmt nicht besser, wenn wir aus dem Waldwit. Das könnt ihr gleich mal wieder klicken. Nee, 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 nee. Ja, klickt es, klickt es, klickt es, klickt es, klickt. Knicken, wollen die sagen. Hast du aber nicht. Ich weiß. Bist du Spenster? Nein, die ist gerade an mir vorbeigem Lauf, ich geh Sonson retten. Oh, die gehören Sonson retten. Laufen. Okay. Nein, runter. Was, runter? Okay, wartet runter. Woll runter? Warum nicht? Ja, aber heilen! Sonson, hol dir ne Rückenmassage, bleib stehen und hol dir ne Rückenmassage. Okay, okay, okay. Ist ja gut! Ja, anscheinend ja nicht, wenn du weiter weg rennst. Ich bin, da bin ich mir nicht so sicher, Polarsternchen, da bin ich mir wirklich nie so sicher. Oh Gott. Hä? 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 Ah, ich bin froh, dass ich auf meiner Roast bin. Ja, ich nicht. Ich bin gar nicht da. Uff! 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 Ich dachte, ich stehe noch hinten. Wie gut ist man denn bitte hier versteckt? Schlecht. Also, ich bin gut versteckt! Ich auch. Ich stand neben dem Generator und die hat mich nicht gesehen. Soll ich mal jetzt Meilen weiter nicht zerhübschen fertig hatte? Ich hab die weg jetzt. Ich hab mich schon wieder verlaufen. Oh Gott. Okay. Krasse Stuhlen. Ich mein, ich bin besser als die Lehrerin. Ich hab mal ne Schule besichtigt und dann waren die Lehrer zu plump zu wissen, auf welcher Etage die waren. Ach. Die waren so so, wir sind jetzt in der zweiten Etage. Und dann hat irgend so ein Grupp gesagt, nee, wir sind in der ersten Etage. Und die so, stimmt, hier ist noch das Lehrerzimmer. Wow. So, wie kann man nicht wissen, die arbeitet in dieser Hals aus, als hätte die da schon seit 20 Jahre gearbeitet. Ah, der Kinder steht neben mir. Mein Gott, Hilfe. Julia, lauf einfach. Ich versuch's. Jetzt kann ich nicht mehr. Wow, und dann gab's fragwürdigen Schenken. Auf den Schenken kommst du nicht drauf klar, gell, Marti? Der, der macht dich irgendwie. Marti, soll ich dir mal welchen davon zuschicken? Julia verschickt jetzt schon viele. Nein, ich hab die grad gesehen. Ich hab die grad gesehen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich verschicke auch Brote. Dann kann ich auch Schenken verschicken. Kann ich jetzt, aha, wo komm ich, wie komm ich jetzt hin? Marke, wie lange muss ich diese Skillchecks überleben? Julia, überlebe! Ich versuche, zu dir zu kommen, okay? Ich weiß bloß nicht, wie's zu dir geht. Ah, okay. Marti, hier steht keine einzelnen Brote. Juki ist unterwegs. Oh, komm! Okay, wo ist sie? Dankeschön! Mein Ding. Da drüben. Lass uns weiter hoch dann. Ich brauch eine Massage. Oh, deine Hände sehen ein bisschen zerstochen aus. Geht's dir gut? Was ist das doch? Ähm. Ist du ein Nagelgepack? Oh, ich hab' die Glocke. Mehr. Äh, ist irgendwer auf dem Weg zu Sinny? Nein, ich bin am sterben, glaub ich. Ja, hier muss ich jetzt wieder schauen, wie ich da runterkomme. Ich merke mich auf dem Weg. Wo geht's hier runter? Ich bin auf dem Weg. Ich bin fast da. Ich bin fast da. Ich bin fast da. Ich bin fast da. Ich darf nicht noch mal gerucht werden. Ich muss mich aufzunehmen. Ich auch nicht. Ja, same. Wo, 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 wo willst du denn noch eine Massage? Und? Ey, bewegen! Oh mein Gott, wenn ich wenigstens diese Skillchecks nicht dauernd verkacken würde! Du nicht! Da stirbt irgendwas in meinem Käfig! Guck, da stirbt was in meinem Käfig! Oh, ähm! Oh mein Gott! Ich hab' mich grad zu erschocken! Ich hab' mich grad zu erschocken! Zinny? Oh! Hihi! Er ist auf Pipi! Er ist auf Pipi! Er ist auf Pipi! Ich hab' mich getrossen! Weil sie's nicht hilfe! Ja, versteh' ich, Rikke, versteh' ich! Ich mag diesen Hut nicht! Julia? Ich war drüber und sie hat mich trotzdem noch gekriegt! Ja, Sonsons! Zurück! Hä? Lauf zurück! Warum? Lauf die Treppe wieder runter! Nein, nein! Ich bin down, ich bin down, ich bin down! Weil ich an nem Rennerator gleich daneben sitz! Achso, das hab ich nicht gesehen! Jetzt soll ich dir helfen, oder? Ja, natürlich! Wie sollt ihr das denn schaffen? Du schaffst das! Die rennt! Die rennt! Was? Oh, scheiße! Okay! Lass mich doch mehr weiter! Lauf! Lauf, Julia! Oh, bei der war ein Steel-Check! Oh, verdammt! Ich laufe! Ich kann nicht laufen! Ich treff' vorhin wieder meine Tasten! Nee, 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 nee! Die sind bei dir! Die sind bei dir! Wo ist Yuki? Ah, nein! Geh weg von mir! Die steht auf einmal neben 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 mir! Oh, du hast mich! Ich hab' vor der zweiten Phase gerettet! Boah, gottseidank! Wie viel spielt die bitte, dass die jeden Geheimgang hier kennt? So willst du heilen? Ja, wäre bester und hält die nehmen wir mehr durch! Ja! Oh, nee, die steht da hinten! Yuki? Die steht den Gang entlang! Mein Herzschlag wird immer schlimmer! Jaaaa! Ach nee! Lauf! 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 Lauf zu Sinny! Ja, die daunt jetzt einfach nur jeden! Ja! Aber Sinny, du hast dich bestimmt schon, äh, relativ gut erholt, oder? Ich bin nur auf Find Help! Nur auf Find Help! Äh, magst du eigentlich Star Wars? Ich hab' Blut! Ich hab' Blut! Wer trinkt da gerade was? Entschuldigung! Alles gut? Nee, ich muss mich bei Rika entschuldigen! Die mag das nicht so! Oha! Oha! Hallo? Oh! Wurde nur angefasst! Es tut mir leid, Hamsterli, es tut mir leid! Warte! Warte, 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 warte! Ich heil' dich! Perfekt! Da steht wieder jeder! Wir stehen jetzt in der riesenpfütze Blut! Ähm, gleich und... Aaaaaaaaaah! Aaaaaah! 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 Nein, Lucien, du kriegst keine Entschuldigung! Aaaaaah! Oh nee, die kommt, die kommt! Aaaaaah! 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 Aaaaaaaaaaa! habe ich nicht gesehen sie gewonnen wir haben wir das gefühl dass das die meisten nicht mehr im schrank nachgucken ich habe das gefühl dass es dumm ist in den keller zu rennen aber ich check den keller nicht deswegen passt es also ich muss noch zwei jens holen ja wir müssen noch zwei jens holen ja okay es war eine dumme idee in den keller zu rennen und ich weiß nicht wie ich hier rauskomme ist nicht einfach wieder das weiß ich doch nicht einfach wieder die treppen hallo hallo So bin ich immer so lost. Alter, woher? Bitte. Geh weg, doch. Wenn ich nichts gesagt hätte, sind wir ehrlich. Ja, und rechts, ich bin tot. Da. Oder nicht? Hä? Komm, häng mich auf, 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 häng mich auf. Komm, häng mich. Der ist gerade gestorben, ist gerade jemand gestorben. Ich bin gleich tot. Oh nein. Oh, ich bin jetzt tot. Oh nein. Oh nein. Ja, die, wenn mich noch einmal erwischt, bin ich auch. Äh. Tschüssikowski und so. Weil Alex nicht mehr mitspielt, Marty. Sei nicht so gemein zu Alex. Wie viel aussers begreifest, vergehe ich. Sie will nicht auf sie helfen. Helft sie. Ich bin noch einmal. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein, Yuki! Genau, ich war da. Schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du! Nee, der Haken ist schon zu nah. Oh nee, doch. Oh no! Oh no! Son, son, hol mich nicht, ich kann mich noch retten. Nein! Was? Daumchen und Glockenkicht hier. Was? Hä? Ich versteh das gerade nicht. Ich dachte, ich habe das dir nicht gesehen. Ja, das habe ich, also ich weiß nicht, ob das... Ich bin! Die sieht, wenn jemand in den Schrank geht, aber nicht, wenn jemand kurz in der Toilette abbiegt. Ja. Und dann, wenn sie rauskommt, würde lieber auf die linke Seite gehen vielleicht. Ich habe keine Ahnung, was mit der ist. Ich meine, du solltest am besten, glaube ich, auf die linke Seite des Jens gehen. Ach, du meinst hier so hin? Ja, genau. Ja. Es gibt da eigentlich so ziemlich nur einen Ausgang und dann, wenn sie reinguckt, dann kannst du sehen, wenn jemand im Jens ist. Ja. Ja. Oder du könntest sie im Schrank noch verstecken, wenn sie kommt. Yuki... Sie hat dich liegen lassen, oder? Ja. Ich bin auch gleich, äh, fertig mit so... ... und... ... und... ... und... ... und... Hä? Was? Hä? Hä? Was? Hä? Wie ist halt blind. Nö, mütster Profi, aber so ein... ... losty... ... 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 wirklich wild und lost? Was will ich vor selten Austen, wenn sie Himelchen auch ansteht? ... Also, ich bin wieder... Hä? Was war denn das jetzt bitte? Check ich. Such die Edge Sanson. Die ist hier nur unten. Die ist... äh... Das sind ja so mittig jetzt eigentlich... Glaube ich. ich bin jetzt erst mal hier kurz den chat noch fertig sieht ich nicht in den schrank reingeht obwohl es im raum ist wie komme ich jetzt nach unten so sonst ist viel zu los für sowas ich meine man geht hier nach unten geradeaus und rechts müsste da eine treppe sein wo kann sie jetzt runter springen glaube ich was geradeaus rechts da jetzt links das ist ja laut ich bin es gar nicht da ok ich bin es der fahrer nein nein Nein! Okay. Wir haben uns fast geschafft. Du bist so ein süßer Killer. Mit deinen tollen Haaren. Das hat bestimmt viel Zeit gekostet. Nein, die rettet dich, glaube ich, oder? So. Ja, die will, dass du rausgehst. Was? Wie süß ist das? Vielleicht ist es nur so ein Joker im Hintergrund. Nicht auf sich zu Boden. Es gibt so viele Killer, die tun so, als ob du fliehen darfst, aber wirklich schützt sie nicht. Sonst weint sie nicht. Wenn ich fängst mich fassen, will ich das so gut machen. Oh! 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 Verdiente das auch. Mhm. Ich fand das nicht so pro-play. Ich fand eher, das war ziemlich lost. Keine Ahnung, was mit der los war. Wie war... Wie? 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 Weil, Rieke, weil die manchmal dann doch ein gutes Klassen haben. Ja, weil... Keine Ahnung, vielleicht haben sie halt genügend Punkte gesammelt oder was weiß ich was. Manchmal vielleicht appreciaten sie auch, wenn du... Obwohl ich nicht gut gespielt hab. Lost gespielt. Nicht gut. Weiß nicht. Die Runde ist jetzt eh vorbei. Egal was ich tue, kann ich dir auch freilassen. Ich hatte ein gutes Spiel. Ja. Wie gesagt, das ist möglich. Level 34. Lul. Und... Level 35. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich find sowas immer nett. Ich find sowas immer schön. Ich freu mich immer, wenn es solche Killer gibt. Das ist einfach... einfach nett. Ja. Gefällt mir auch. So. So, ein Ründchen wäre nur dabei. So. So. Eins Runde noch. Ja! So. 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 Vorher ein paar Stunden. Ähm. Also. Grundsätzlich würde ich gerne Life is Strange diese Woche noch abschließen. Machen wir ja morgen. Ähm. Outlast. Und Äh. At Death of Night. Äh. Ich weiß nicht, ob es da dann noch Zeit ist, für Life is Strange. Also, ich würde mal sagen, spätestens Freitag würde ich tippen. Äh. Ne, spätestens Samstag. Spätestens Samstag, weil Freitag ist ja Genshin mit Tichi. Deswegen weiß ich noch nicht, ob wir da dann Life is Strange schaffen. Also eigentlich spätestens Samstag. So war's. Hallo Luca, schön, dass du wieder da bist. Alles gut. Bin wieder live, das ist schön. Das ist sehr gut. Eigentlich ist es nicht gut, weil eigentlich wäre besser, wenn du da immer am Leben bist. Ja, aber es geht ums Internet, glaube ich. Ja, dann ist es gut. Ja. Aber das ist auch besser, wenn es immer am Leben ist. Ja, das stimmt. Da hast du schon recht. Ganz clever, Julia. Freitag bin ich auch wieder von Anfang an mit dabei. Das ist gut. Das ist gut. Ja, vielleicht schaffen wir es auch am Freitag. Ich weiß noch nicht. Aber um 21 Uhr, glaube ich, ist Genshin mit Tichi. Ich weiß nicht, ob ich dann erst um 20.30 Uhr streamen starte oder schon eher. Das ist dann immer so ein bisschen spontan. Dann dauert ungefähr unsere Tichi-Sache so eine Stunde, vielleicht ein bisschen mehr als eine Stunde. Und dann mal gucken. Und dann mal gucken. Ja, ich freue mich schon voll drauf, Tichi. Ich freue mich schon voll auf deine... deine... Quest. Nenn sie jetzt einfach Quest. Was wäre denn das? Hä? Weiß ich nicht. Okay. Egal, Primetime-Sonson. Du bist so süß, Hamsterli. Du bist so süß. Mal schauen, wie lange der CSD bei uns Samstag gefeiert wird. Ach, da gehst du hin, oder? Polarsternchen. Jo, kommt sogar extra eine Freundin angereist. Uh, voll gut. Dann wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß dabei. Auch für dich ganz viel Liebe, Luca. Ja, jetzt komm schon. Wir sind doch schon fast fertig geladen hier. Let's go jetzt. Danke, ist nur schwer, Glitzer zu finden. Oh nein. Nein. Ja, eigentlich nicht mehr in der Schule. Ja, da bin ich jetzt auch froh. Aber ich mag die Map auch nicht sonderlich, um ehrlich zu sein. Ja, aber alles ist besser als Schule. Auch für dich, liebe Polarsternchen. War das ein Friedhof? Hier ist alles ein Friedhof. Oh, wir haben die Huntress. Oh je. Ah, sie ist bei mir. Ja. Ja, wir fahren nach der Kackheit. Nein, wir kriegen das hin. Oder auch nicht. Ich muss einfach nur an dich glauben. Okay, du an dich auch. Ja. Ja, ja. Oh, warte mal. Das summt. Heißt, dass das heißt was? Dass sie in der Nähe ist. Ah, passiert. Oh Gott. Hast du mich abgegrenzt? Okay. Okay, irgendwen hat sie? Aber dann weiterhin. Senni. Senni. Also echt. Meine Mutter kam gerade rein. Frech. Ah. Ah, was ist das denn jetzt? Sonson ist nicht für mich gemobbt von dem Ding. Ich glaube, mir wurde das schon mal erklärt, was das ist. Ha? Ich sterbe. Hilfe. Sonson steht neben mir. Oh nein. Julia. Es hat mich erst angegriffen, als ich es noch gar nicht sehen konnte. Und dann war ich bestimmt vor mir. Danke, Alter. Was bist du für einer? Oh, Yuki, Entschuldigung. Ich würde mich gerne verstecken. Oh. Es greift mich immer von Fernem, schmeißt es mich ab und dann holst du mich. Oder ne? Oh Mann. Der Tod ist verwirrend. Einfach liegen gelassen. Hier wurde auch liegen gelassen. Das ist ja noch frecher, als sich aufzuhängen. Julia, hol dich. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Woher weiß die, wo ich bin? Ja, das ist doch... Warte, ich komme. Ich bin dabei. So, lauf. Lauf. Auf jeden Fall, nur um die Reklamrock zu lassen. Ja, Alter. Man kommt doch nicht mal hier weg. Das ist irgendein Perk, oder? Lass dich heilen. Hallo, Sonson! Ja, heilt ihr euch mal. Ich versuche... Entschuldigung. Oh Gott. Ja, ich lauf halt direkt zum Killer. Das war natürlich wieder super clever. Fühl ich aber nicht. Ah! Okay. Hallo Nintendo! Ja, einen Moment, ich werde kurz, ich werde kurz, ich werde kurz. Ah, das wird nichts. Ne, die will doch viel vor, Stefan. Das ist ja enorm. Ne, das ist ja nicht so gut. Ja geil, Alter. Marty disst mich hier schon wieder. Kleiner Disser, du. Oh, Sinny. Was soll ich da machen? Ja. Die kommt immer zu mir. Die weiß schon, ich habe schon mitgekriegt. Die sieht mich hinter der Wand, wo ich mich gerade fertig geheilt hatte. Die sieht mich, wie ich ausbreche. Die lädt so schnell ihre Scheiß-Exte nach. Äh, was soll ich da machen? Und ist mich tot. Was? Wollen wir immer versuchen, mich zu regeln. Oh ne. Ach, das war schon dein zweiter Dingsine. Genau. Das war ein dritter Hook. Ahhhh. Und ich kam nicht mehr aus der Ecke raus. Und... Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Bluthalte, ne? Alles voll. 22.000 Blutpunkte. Nee, das ist besser als nichts. Das ist wirklich nichts. Und es waren 2.000 am Anfang. Boah. Ja, vorher... Yuki versteckt dich einfach. Das ist eine Einladung. Nee, doch nicht. Das sah so aus. Doch, da war doch eine. Oh, Julia. Da kann man nichts gegen machen. Äh. Passiert. Renn. Ski. Ski. Und du bist sofort versteckt. Und du bist quasi ein Kmal. F路. Und du bist ... oscope. Oh, die ist und ich bekomme. Und du bist dann. Oh. Guck mal, wie schwache Kraft sind jetzt rum. Ich mag dich nicht, geh weg. Geh in den Schrank, hab kein Lust mehr. In meinem Juki höre, denke ich automatisch an Anime. Ja, fühle ich. Ich bleib jetzt im Schrank, das händen wir. Das ist leckerlich. Mach's doch mal, dann mach's nicht. Wir haben keinen einzigen Jen geschafft, ne. Das ist richtig krass. Nee, das ist nicht mein Halben. Oh, schön, dass du nochmal zu mir kommst. Was soll denn das jetzt? Wie mies ist das denn bitte? Cool, der läuft. Ist die weggelaufen von dir? Nee. Jetzt vor dir. Das Ding ist selbstbestimmt, wenn wir überziehen, denk nicht. Oh. Ja, das war's. Oh, nein. Ja, häng nicht. Ich bin ein großer Tüten, Leute. Häng nicht. Yuki such die Luke. Wahrscheinlich ist nämlich jetzt... Ja, genau. Julia die Nächste. Ich bin erst tot. Komm, ich hatte am Gau noch nicht einmal gehuckt worden. Ja, krass. Glaub, der Killer mag dich. Oh. Oh, dieser scheiß Terroradius nervt. Ja. Oh nein. Komm. Ey, komm. Ja, was willst du jetzt? Du hast alle anderen. Sie hat die Luke verschlossen, oder? Ja. Das hat die jetzt noch schnell gemacht. Der Killer hat jetzt noch ganz schnell die Luke verschlossen. Nett. Super nett. Und wusste auch genau, wo die ist. Ja. Super nett. Gegen dich konnten wir nichts machen. Nee. Nullig. Oh, das war so sad. Ah. Das war so sad. Super nett. Ja, nee. Was ich sad finde, ist einfach, das war unser letztes Game und so. Schlaf gut, Hamsterli. Ich hab dich auch lieb. Ich wünsch dir morgen guten Dienst. Schön, dass du da warst. Gute Nacht. So. Äh. Äh. Dann, ähm. Aber es war trotzdem toll heute, auch wenn jetzt die letzte Partie doof war. Äh. Die letzte Partie war kacke. Ja. Ja. Die war richtig mies. So lief bei mir immer jeder. Ich habe mir auch. Wie konnte sie das alles wissen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hab mir die Parks jetzt auch gar nicht so genau angeguckt. Ähm. Ich auch nicht. Es ist, ähm. Es können wirklich hektisch gewesen sein. Ja. Könnte auch sein. Es gibt viele DVDen. Kaum. Sad.